Hallihallo und willkommen zur Ausgabe 234 vom Playpodcast, dem Podcast für Playstation und Popkultur. Ich bin der Chris, ich bin dieser gemeine Wicht, der Videospiele nicht immer ernst nimmt und Witze darüber macht und der geteert und gefedert werden sollte dafür. Und bei mir ist der Sascha, der ist Schalker. Ja, hi. Hallo. Na? Ja. Ja. Ja, war schön, ne? Tschüss. Ja, wir beiden Deppen sind mal wieder über Teamspeak vereint, um über Playstation und sonstiges Gedäht zu sprechen und wahrscheinlich hemmungslos abzuschweifen. Wahrscheinlich, ja. Ich fang jetzt schon direkt damit an, ja, ich muss es einfach ansprechen. Wir senden nicht live, schon wieder. Wir nehmen, obwohl wir am 18. diese Folge ausstrahlen, schon am 15. auf. Und ganz, ganz große Propheten dieser Welt haben es vom digitalen Berg Sinai, also Telegram, geschrien. Ja. Ja. Heute ist der Tag der neuen Weltordnung. Ich warte halt wirklich drauf, dass die Tür aufgestoßen wird und mir Bill Gates eine Impfspritze in den Po rammt. Po? Meinst du nicht Oberarm? Na, ich, ich, ich glaube, also, äh, der ist schon so pervers, also das geht nur in den Po. Ja, aber, aber da ist ja ein Chip drin. Wenn man da ständig drauf sitzt, ist ja blöd. Ja, äh. Wir haben Oberarm schon sinnvoller. Ähm, Butt Chip for the Butt Cheeks. Butt Chip? Oh. Ja. Also, ja, äh. Nee, kann ich mich nicht anfallen mit dem Gedanken. Wenn gleich irgendwie die Tür aufgestoßen wird und, und lautes Geschrei ist oder so, dann wisst ihr halt, was los ist. Ja. Dann, dann sind wir gechippt worden. Äh. Ja, schön, ne? Ja. Was ich, was ich, was ich so in den letzten zwei Wochen so abgespielt habe. Schon ein bisschen absurd. Ja, ähm. Äh, hast du die Spiegel-TV-Reportage gesehen, die ich dir empfohlen habe? Ah, das, 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 das ist wunderschön. Ähm, es ist wunderschön, wie dieser Typ, der die Demo organisiert hat von den, äh, Corona-Gegnern, ähm, da ist ein anderer Sprecher dran, während er gerade ein Interview gibt darüber, äh, dass ja die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ja, natürlich. Und dieser, dieser andere Sprecher, äh, widerspricht ihm in anderen Sachen, ja, und, und die Leute klatschen, und das kann er nicht auf sich sitzen lassen, und macht sich dann auf zu diesem anderen Sprecher, um ihm die Meinungsfreiheit quasi, zu verbieten, ja, auf seiner Demo. Dabei geht er aber so nah an den Typen ran, dass die Bullen ihn fangen, weil er den Abstand nicht eingehalten hat und abführen. Ja. In seiner eigenen Demo. Das fand ich wunderschön. Das ist schon alles ein bisschen dumm. Ja. Ja. Und wie, wie groß das Gezeter dann war, ah. Ja. Hm. Schön. Da können wir eigentlich direkt einen, äh, einen übergreifenden Song draufpacken, der, also, der jetzt nichts mit den Songs zu tun hat, die, äh, die wir sonst draufpacken, fällt mir gerade ein. Ähm, von, von Roger Allen Wade, If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Muss ich jetzt auch noch spontan? Ähm, oh Gott. Äh. Ich muss aber dumme Leute, komm, mach American Idiot von Green Day. Okay, okay, machen wir, das passt sowieso, wenn man da mal rüber guckt, ja. Ja, ja, eben. Ja, ja. Find ich nur bei uns welche. Ja. Aber wir haben ja auch gut reden, wir sitzen ja im Homeoffice, ne? Ja. Ja. Les? Du nicht? Doch. Ja, also. Ähm, wir privilegierten Schweine. Wir sind dann am nächsten, äh, zu, äh, 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 wir privilegierten Schweine sind dann am 1. Juni wieder zu hören, denn wir erscheinen ja alle zwei Wochen. Mhm. Nintendo-Fans hingegen können sich jeden Mittwoch eine neue Ausgabe des Nintendo-Podcasts anhören. Äh, Reptiloiden und MMORPG-Fans hören jeden zweiten Mittwoch den Buffedcast. Multiplattformzocker kriegen jeden Freitag den Games Aktuell-Podcast auf die Ohren. Und unser, äh, Twitch-Kanal, Electric Boogaloo, pausiert momentan während der Corona-Zeit. Ja. Ja. Damit haben wir das abgehakt. Ja. Jetzt muss ich erst mal Kaffee trinken. Erzähl mir, äh, du doch währenddessen, äh, was du gestern zum Mittagessen hattest oder so. Ich glaube, dass es irgendwen hier interessiert. Ja, keine Ahnung, vielleicht warst du was leckeres. Ja, aber ich sage jetzt immer wieder im Büro. Schöne Grüße von den wenigen Kollegen, die da waren. Ja. Maria, Lukas. Ja. Ja. Und was gab's zum Mittag? Äh, mittags gar nichts. Ich hab abends gegessen. Was gab's dann abends? Nur schnell eine Tiefkühlpizza, weil ich von der Arbeit gekommen war. Ah, schade. Ich hätte jetzt gedacht, du, du hast irgendwie, äh, ein großes Menü gekocht oder so. Nee, nee. Einfach, weil, weil du so gut drauf warst, wieder, äh, Büro kommen zu können. Nee. Ja, kann ich verstehen. Ja. Äh. Uwe war auch da. Uwe? Ja. Wie geht's ihm? Gut. Er ist ja jetzt mittlerweile wirklich Risikogruppe. Ja, aber ihm geht's gut. Das ist schön. Ja. Schön. Ich wollte mich auch schon ewig mal bei Uwe gemeldet haben, alleine schon wegen Streets of Rage 4. Das müssen wir unbedingt zusammenspielen. Das ist was für ihn, glaube ich, das stimmt. Ja, das ist auf jeden Fall was für ihn. Schon bei der Preview-Version, als ich die mit Matti gespielt hatte, stand er ja die ganze Zeit hinterher und so, ah, Dörre, der sieht geil aus. Und ich hoffe, er meint das Spiel. Nee, Matti. Uwe ist Fynn-Braut. Ja. 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 Ja, ja, ja. Schön. Ah, wollen wir mal zu Themen kommen? Ja. Wir haben ja tatsächlich welche. Ja. 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 Gar nicht mal so wenige. Und wir haben auch jetzt nicht irgendwie 50.000 Community-Beiträge, aber einige, die sehr lang sind, habe ich gesehen. Ja. Auch, weil ich einen tatsächlich vergessen habe, ich glaube, schon zweimal. Ja, der kam als Mail. Ach so, na ja. Deshalb hatte ich ihn vergessen einzutragen. Das tut mir sehr leid. Sag ich gleich nochmal. Aber erst kommen wir doch zu schönen Sachen. Ja. Ich würde das jetzt tatsächlich ändern in unserem Handout, die Reihenfolge kurz. Ich würde sagen, wir sprechen erst über die Unreal Engine 5, die wurde ja vor ein paar Tagen vorgestellt. Ja. Und was da gezeigt wurde, diese Tech-Demo, die lag auf der PS5. Sie sah schon ganz nett aus, ne? Ja. Ja, ne? Okay. Nee, also, ich glaube, das macht richtig Lust dann nochmal auf die neuen Konsolen. Oder wie hast du das gesehen? Also, für mich war das so ein Augenöffner tatsächlich, dass ich dachte, ja, okay, es sind doch nicht nur, ähm, nicht nur Tippelschritte, wie sich das technisch bewegen wird. Jetzt in der neuen Generation ist es doch nochmal ein größerer Sprung. Ja, gut. Ja, Tech-Demo und Spiele sind ja dann immer noch ein Unterschied. Klar. Wie oft hat man auch schon Tech-Demos auf dem PC gesehen, die dann so nie in irgendeinem Spiel aufgetaucht sind. Äh, aber ja, grundsätzlich, klar. Sah super gut aus. Und wenn's auch nur annähernd in den Spielen so aussieht, das wird richtig cool. Ja, vor allem, ähm, also, es wirkt da halt sehr einleuchtend, was sie da erklärt haben. Also, ich kann da jetzt auch nicht groß in die Tiefe gehen, weil ich mich ganz einfach mit diesen Entwickler- und Grafiktools auch nicht so auskenne. Aber was sie da erklärt haben, dass sie da quasi diese Triangles so komprimieren, dass die halt quasi, ja, dass man viel mehr davon reinpacken kann und dadurch die ganzen Texturen da drin hat, dass die so detailliert sind. Ähm, ja. Dass, äh, das, wie sie das erklärt haben, dass das möglich ist mit, mit diesem Tool quasi, äh, das, äh, das ergab ja schon Sinn irgendwie. Und wenn du da fähigen Entwicklern dieses Tool an die Hand gibst, dann kann da, glaub ich, richtig was Geiles entstehen. Es muss jetzt nicht unbedingt in diese Detailtiefe gehen wie in dieser Tech-Demo, wie du grad schon sagtest, aber, ähm, ich glaube selbst, wenn es nicht ganz so diesen Detailgrad erreicht ist, ist das schon ein gewaltiger Schritt einfach. Ja. Also, also dieses Gelände, das sah ja fantastisch aus. Ja, die Steine, das sah super aus. Auch die Seineszene, wo die vielen kleinen Käfer waren. Ja, ja, absolut. Und was, was mich ja am meisten angemacht hat, so als, als, als Grafikhure, die Lichteffekte. Ja. Ah, was, diese Lichteffekte waren schon, also, also, da, äh, da hast du ein bisschen gezwickt im Höschen, du. Das, ja, also, wie sie da gezeigt haben mit dem dynamischen Licht, wie sie das dann auch verschieben können und diese Lichtquelle da ist und wie das quasi so, so, diesen ganzen Raum dynamisch erfasst. Das, das, ach, das war, das war sehr, sehr schön. Und auch, ähm, hinterher der Part, wo, 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 es war ja eigentlich alles super linear, was sie da gezeigt haben, da in dieser Höhle, oder vielmehr alles geschlossen. Ja. Und, äh, da sind einem ja schon die Augen aufgegangen, auch da diese Szene, wo, wo das, äh, Tor zum Schluss aufgeht und das Licht, äh, über ihr und diesem, ähm, Altar erstrahlt und dann diese, diese ganzen, äh, Kriegerfiguren da stehen, die ja auch bis, ähm, oh, also, so super detailliert, das, äh, wunderschön. Und dann einfach so, so beiläufig. Ach ja, übrigens, das gilt nicht nur für geschlossene Räume, so, so, und dann geht sie halt raus und hat diese Welt da vor sich. Es war natürlich auch linear, aber wie geil das schon aussah, dass du quasi so wirklich so bis zum Horizont schauen konntest und du hattest trotzdem immer so einen riesigen Detailgrad. Das ist wirklich unglaublich authentisch. Halt nicht dieses typische, was du sonst was, dieses Verblassen, was soweit es weiter nach hinten geht. Jaja, ganz genau. Hatte ich aber, haben dich die Animationen an irgendwas erinnert? Ähm. Guten Dame? Äh, das, das, das wirkte ein bisschen anchartig, oder? Echt, fandst du? Ich fand, es wirkte eher wie, äh, Star Wars, das letzte Spiel. Ja, aber war das letzte Star Wars nicht auch anchartig? Ja, klar, aber wo sie durch diese Felswand geht, das war ein 1 zu 1 die Animation. Ja, okay, das könnte nicht sein. Das kann gut sein, ich hab Fallen Order halt nicht so weit gespielt. Okay. Immer noch nicht. Könnte ich jetzt eigentlich auch mal nachholen, aber... Ja, mach's, ich, es ist echt gut. Ich bin gerade in einem anderen Strudel drin, aus dem ich mich nicht so ganz befreien kann, da erzähl ich gleich mal was. Okay. Ein Apfelstrudel. Ein lecker Apfelstrudel. Äh. Möchtest du mal in einem Schläcksteigen lecken? Möchtest du mal in einem Schläcksteigen lecken? Jagd mich nicht, ich will nicht laufen, ich bin voll mit Schocki. Ach, der kleine Wolfgang. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt? Äh, bei dem Video. Ach ja, äh, aber es gab eine Sache, die ich, wo ich dachte, das sieht ziemlich kacke aus, muss ich sagen. Was denn? Das Gesicht von der Figur. Ja, es war halt sehr anime-like. Das, äh, also alles irgendwie so, so hyperrealistisch und dann so ein, ja, also, also wirklich kein, kein wirklich aus... Ja, das hatte was von Alita. Ja, 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 ganz genau, ganz genau. Das, das wirkte irgendwie sehr uncanny dann dadurch. Ja, ja gut, aber das war halt eine Designentscheidung. Das hat er jetzt nicht mit der Graf getroffen. Ja, aber das war, das war eine blöde Designentscheidung. Ja. Alles so, wow, das sieht ja aus wie echt, oh mein Gott, das Gesicht. Naja. Tja. Aber sonst, äh... Das ist schon mal in England? Ja, aber das ist auch authentischer, weißt du? Ja. Es ist ja jetzt nicht so, äh, dass, dass, äh, dass die Figur irgendwie nur noch vier Zähne hatte oder sowas. Mhm. Es sah halt irgendwie so, so ein bisschen geliftet aus. Warst du schon mal in Hollywood? Ja, das... Ich hab mir die Augen größer machen lassen. Was? Äh... Irgendwann. Witzig. Ja, geht bestimmt. Also, ähm... Vielleicht hat Helen Hunt auch das versucht und sah deshalb in diesem Film, den ich im letzten Podcast beschrieben hab, so seltsam aus. Wer weiß. Hm. Ja. Äh... Schwierig. Sehr schwierig, ja. Aber auf jeden Fall, äh, Unreal Engine 5, geil. Muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich dann halt auch noch überlegt, das wird ja nicht die einzige Engine sein, die in der nächsten Konsolengeneration dann im Einsatz ist. Nee. Es sind ja noch einige, ja, ähm, findige und fähige Leute da unterwegs, die, äh, coole Grafik machen können. Und wenn ich da dann tatsächlich irgendwie so dran denke, was Naughty Dog machen könnte, oder auch in Guerilla Games, wo es ja jetzt schon Gerüchte gab, dass, äh, dass die, die, die Grafik von Horizon Zero Dawn 2 angeblich ein Meilenstein der Videospielgeschichte sein soll. Ähm, ja, da bin ich jetzt schon so ein bisschen gespannt. Also, äh, ja, klar, das auf jeden Fall. Vorher war es halt so, ja, ähm, freu mich schon, wenn die neuen Konsolen kommen, werd mir auf jeden Fall eine holen. Und jetzt ist es irgendwie so, dass ich denke so, hm, die könnten gerne nächste Woche auf den Markt kommen. Ich hab jetzt keine Lust mehr, irgendwelche... Das wär's doch, oder? Ja, irgendwelche Remaster auf der PS4 zu spielen. Das wär's doch. Sony sagt, ja, wir hatten jetzt so viel Zeit wegen Corona, wir haben's früher fertig. Hier ist er. Ja, irgendwie so, 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 so eine, so eine Woche nach, äh, oder zwei Wochen nach Ghost of Tsushima oder so. Ja. Ja, ja, unsere Spiele habt ihr jetzt fertig gespielt. Hier ist die neue Konsole. Ja. Ich glaub, dann, äh, 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 dann wird, äh, Phil Spencer endgültig von der Brücke springen. Wahrscheinlich. Ja. Mein Gott. Hast du einen Frosch im Hals? Ja. Heute Morgen irgendwie. Keine Ahnung. Hat dir den vielleicht Bill Gates eingepflanzt? Der Impffrosch. Ja, aber Frösche sind doch Trump, oder? Meme. Hat er, hat, hat, hat er jetzt auch noch gesagt, dass man Frösche lecken soll, um kein Corona zu bekommen, oder was? Nein. Aber hier dieser komische, gezeichnete Frosch ist nicht von den Alt-Right-Typen immer? Egal. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wollen wir mit dem nächsten Thema weitermachen? Wir können mit dem nächsten Thema weitermachen, ja. Sascha. Ich hab eine State of Play gestern. Genau, erzähl uns doch was. Ich muss nämlich gerade ganz dringend eine Mail beantworten. Okay. Jetzt kannst du schon mal ein wenig darüber erzählen, was es bei der State of Play gestern gab. Ja, eigentlich nur Ghost of Tsushima, oder? Äh, ja, genau. Richtig. Es gab 18 Minuten Gameplay-Video. Also, endlich mal ein bisschen mehr Gameplay am Stück. Und es sah richtig, richtig gut aus. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man sich vorher die Unreal Engine 5 Demo angeguckt hat und dann das, dann sieht es nicht mehr so geil aus. Ja, gut. Wirkt echt cool. Ich freu mich tierisch drauf. Juli ist es jetzt soweit, ne? Äh, 17. Juli, ja. Also man hat ein bisschen was gesehen, was man so machen kann, wie die offene Welt aussieht. Und du hast, glaube ich, mehr geguckt. Ich habe nur kurz reingeschaut gehabt. Aber ich, was ich gesehen habe, fand ich sehr cool. Auch, dass man ein bisschen Crafting so angedeutet gesehen hat, dass man hier, äh, dass man Kräuter sammeln kann und sowas. Also es scheint eine richtige offene Welt zu sein, wie man es sich vorstellt. Und es scheint auch ein bisschen rollenspieliger zu sein, als man vermutet hatte, glaube ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, rollenspieliger, ganzen Action-Adventures und sowas haben ja mittlerweile alle irgendwie so leichte RPG-Elemente. Ja. Ich glaube, das wird sich auch eher auf, auf, äh, darauf beschränken. Ja, aber zumindest rollenspieliger als die Spiele, die sie sonst gemacht haben. Rollenspieliger als in Infamous zum Beispiel. Ja, ja, das definitiv. Ähm, ja, ähm, ich... Ich fand es, sah einfach großartig aus. Das war, das war so, so bombastisch präsentiert irgendwie einfach alles. Und es ist halt auch mal ein anderes Setting, muss man dazu sagen. Ja, das ist auf jeden Fall. Da kann man einen natürlich eh noch schneller begeistern. Und dann ist das auch alles so, so detailliert. Und es wirkt auch irgendwie so, so, ähm, ja, so, so authentisch, weißt du? Als, äh, als wäre das halt eine echte Welt, in der man da gerade unterwegs ist. Das wirkt so stimmig alles. Ich, ich fand halt, die Lichtstimmung, sah, war sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Die wirkt zwar im Gegensatz zur authentischen Welt ein bisschen unreal. Aber es ist, glaube ich, gewollt so. Es hatte alles so ein bisschen so eine Zwielichtstimmung, hatte ich das Gefühl. Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen, ähm, äh, deshalb, weil sie, sie wollen ja, ähm, dieses Zermürbende und, und, äh, des Krieges so nachstellen. Auch so, dass du, dass du immer so eine, so eine gewisse Melancholie hast, die da mitschwenkt irgendwie. Du hast, äh, ich, ich, ich glaube, das ist, äh, ähm, tatsächlich eine ganz coole Designentscheidung, dass du immer so diesen Zwiespalt zwischen wunderschöner Welt und den Grauen des Krieges hast, so. Ja. Ähm, aber, aber, was ich interessant fand, wir hatten ja, ähm, im vorletzten Podcast, glaube ich, darüber gesprochen, dass es ja keine, ähm, dass es, äh, keine richtigen Wegmarkierungen geben soll, ne? Dass man sich in der, in der Welt zurechtfinden soll. Wie sie das gelöst haben, fand ich ganz lustig irgendwie. Ähm, dass, äh, dass man quasi für, für Hauptmissionen oder, oder allgemein Sachen, wo man sich einen Marker setzt. Ähm, dass man das nicht irgendwie auf einer Minimap sieht oder so, die gibt es nicht, sondern, ähm, man kann sich das durch den, durch die Windströmung anzeigen lassen, wo man hin muss. Ähm, ähm, ein bisschen seltsam, oder? Ja, schon. Also, ich, ich dachte mir irgendwie so, so, ja, äh, du, sie wollen kein, kein extra, äh, 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 Minimap da unten haben, weil das dann nicht irgendwie authentisch wirkt oder so, aber ins Menü gehen, um, um den Wind zu aktivieren. Äh, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen Fantasy-mäßig, oder? Ja, auch, dass, dass Füchse einen zu diesem Schreien führen. Oder Vögel, ja. Oder Vögel, ja. Ja, also, also, was mit dem Wind, finde ich, es ist seltsam, aber es ist auch irgendwie cool. Ja, ich, ich, ich glaube, das kann man dann irgendwie so mit dieser, dieser Verbundenheit, äh, des Japaners zu seiner Heimat irgendwie wahrscheinlich dann auch erklären, ähm, dass, dass sich quasi dieses, äh, 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 die ganze Insel Tsushima, ähm, gegen die Invasoren quasi wehrt, dass das auch irgendwie so, so, so eine Metapher quasi dafür ist. Nee, ich glaube einfach, das ist ein Wortspiel. Der Charakter weiß, woher der Wind weht. Ja, der ist halt aufgewacht. Ah, und wenn ihm die Tiere zeigen, wo er hin muss, dann weiß er, wo der Hase langläuft, ne? Ja. Ei, ei, ei. Ja. Oder sie haben einfach einen Lukas in der Welt, der da auch so viel furzt wie hier. Hm. Man weiß es nicht. Ja, tut er ja gerade nicht, zum Glück. Das glaubst du, wenn der so ziemlich alleine im Büro ist. Ja. Was denkst du, was der Luftikost da alles ablässt? Ja, die Aufmerksamkeitsmarker waren aus Horizon, ne? Von den Gegnern. Die Aufmerksamkeitsmarker? Fand, die waren 1 zu 1 Far Cry. Ah, stimmt, Far Cry. Ich wusste nicht, es hat mich an irgendwas erinnert. Äh, nee, Horizon hat ja das Auge. Stimmt, Horizon hat das Auge, ja. Das war Far Cry und ich glaube, in den letzten beiden Assassin's Creed sahen die auch so aus, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ja, aber ich fand das schon schön gemacht, wie man sich durch die Welt bewegt. Und man hat ja auch schon sehr viele abwechslungsreiche Areale irgendwie gesehen, ne? Mhm. Äh, also ich glaube, das kann schon sehr toll werden, dass es auch so ein Spiel wird, in dem man sich wirklich verlieren kann, wenn sie es richtig anstellen. Nur ich glaube auch, man braucht ein vernünftiges Balancing, äh, dass man nicht alle zwei Meter irgendwie ein Tier trifft, was einem irgendwas zeigen will. Also sie dürfen... Ich weiß nicht, dass das passiert, dass du alle drei Meter, dass ein Fuchs kommt und sagt, hallo! Ey, 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 jetzt mal ganz ehrlich, wenn das ein Ubisoft-Spiel wäre, ja, und sie haben 50 Milliarden Items auf der Map, die du sammeln kannst. Und die kannst du quasi nur finden, wenn es dir irgendwie gezeigt werden. Dann würdest du quasi die ganze Zeit von Tieren umringt sein, die dich auf irgendwas aufmerksam machen wollen. Ja. Aber das wäre auch lustig irgendwo, oder? Hey, hey! Hey! Hey, hier! So im Kampf auch am besten. Vor allem, die dann auch die ganze Zeit Geräusche machen, weißt du? Ja, ja, klar. Er ist irgendwie ein Hund. Wuff, wuff! Dann miaut noch eine Katze und dann irgendwie so ein Rabe. Krä! Krä! Und dann irgendwann hast du so zwölf Tiere, die die ganze Zeit an dir drankleben, weil sie dir was zeigen wollen. Und alle geben ihr jeweiliges Geräusch gleichzeitig ab, dass du so einen richtig schönen Soundbrei hast. Genau, wie macht ein Hase, der dich auf was aufmerksam machen will? Hey! Hey! Oh, oh, der, 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 der macht so einen, so einen Hasen-Todesschrei. Oh, nein! Hast du die mal gehört? Ja, das will, niemand will einen Todesschrei von Hasen hören. Die sind heftig, ja? Ja. Aber, aber stell dir mal vor, das wird dann die ganze Zeit dauer gesampelt, so in dein Ohr. Google das, Google das nicht, liebe Leute, falls ihr es hört. Bunny Deathrattle. Ja, nein. Das grauenvollste Geräusch der Welt, glaube ich. Ja, nicht ganz, aber schon oben dabei. Ja. Das hört man wohl tatsächlich relativ oft, wenn man in einer Gegend lebt, wo Kojoten sind. Das kann gut sein, aber also, also hier in Nürnberg habe ich es noch nicht gehört. Ich weiß nicht, wie das bei dir entführt ist. Das ist ja schon so ein bisschen wilder. Wir haben relativ wenige Kojoten hier entführt. Sind Sie da sicher? Ja, also, ich habe, ich sehe höchstens am Tag vier, fünf. Ja. Ja, gut, das geht noch. Ja. Aber ihr habt sehr viele Affen, ne? Ja, ja, klar. Vor allem im Straßenverkehr. Ja. Kojoten sieht man hier tatsächlich eigentlich nur, wenn sie damit beschäftigt sind, gerade Todesfallen für schnelle Vögel aufzustellen. Weiter bei Ghost of Tsushima. Ja. Sind wir von Ghost of Tsushima zu Looney Tunes gekommen? Nein, egal. Ich weiß es nicht. Wir haben die Abschweiferei ja schon angekündigt. Wir sehen uns ja nicht so häufig und können nicht so viel Schwachsinn aneinander auslassen. Das stimmt. Dass wir quasi einfach nur ganz faktenbezogen in den Podcast gehen. Wie sonst immer, ja. Ja, natürlich. Ja, eben. Sonst, wir sind der Faktencast. Das muss man ja mal festhalten. Fakt ist. Ja. Fakt ist. Bei diesem Ghost of Tsushima Gameplay Demo-Dings wurde auch noch auf das Kampfsystem ein bisschen eingegangen. Und zunächst zeigte man uns halt, wie man als, ja, ehrenvoller Samurai vorgeht. Dass man quasi Gegner offen zum Zweikampf fordert. Genau. Schwert in die Hand, in die Basis reinlaufen und dann, hey. Ja. Und dann kann man quasi so ein Stand-off aktivieren. Wo sich die beiden Kontrahenten dann gegenüberstehen. Und man quasi bis zum letzten Moment wartet und dadurch dann so mit einem Schlag, die dann killen kann tatsächlich. Äh, da sagten sie aber mal vorher in einem Video oder auf einer E3-Präsentation, dass das so ein, ähm, so ein Ding ist. Das muss man auch skillen, dass damit das geht. Also, man, äh, braucht jetzt nicht denken, dass man direkt von Anfang an einfach immer nur mit so, so One-Hit-Kills durch dieses Spiel geht. Das wär auch, glaub ich, ziemlich langweilig. Ja. Ähm, ich denke, es wird sowieso, sie haben ja auch schon gezeigt, dass es so, so, so eine Art Bosskampf, Bosskämpfe gibt. Äh, das werden dann auch, ähm, etwas anspruchsvollere Duelle sein, als da gegen die Standard-Mongolen aus diesem Lager, was man da gezeigt hat. Ja. Aber, es sieht verdammt cool aus. Das stimmt. Wie man halt so versteinert dann da steht und nur darauf wartet, dass der Gegner zuckt. Und eigentlich nur pariert und ihn dann mit dem Parieren quasi direkt killt. Ja. So eine schnelle Bewegung, zack, ist der Gegner weg. Ja, es wär nur noch besser, wenn man sie durchschneiden könnte mit dem Katana. Aber ich glaub, Sony wollte halt keinen 18er-Titel. Oh, ich glaub, das wird ein 18er. Meinst du? Ja, denen sind teilweise die Arme weggeflogen. Hast du das nicht gesehen? Den Arme hab ich tatsächlich nicht gesehen. Ich hab's zweimal angeguckt. Ja, es ist an ein, zwei Stellen hat er ihnen die Hände oder Arme abgehackt. Ja gut, er rammt ihnen auch das Katana in den Hals und so, ne? Ja. Ja, ist schon wahrscheinlich. Ja, bei den Stealth-Kills hinten dann, wenn er ihn so von unten, von unten durch den Unterkiefer, den Dolch, ja, ist schon ein 18er. Aber, weißt du, bei mir zündet dann dieses alte B-Movie-Gen, wenn ich Ninjas oder Samurais oder sowas sehe, die da mit dem Katana rumlaufen, dann hab ich in meinem kranken Hirn direkt irgendwie so ein Gemetzel vor Augen. Aber ich kann Sony da verstehen, dass ich's nicht mache. Ja, sie haben's scheinbar nicht übertrieben. Aber ich glaub trotzdem, dass du ein bisschen Metzelei hast. Ja, so ein bisschen Splitter und Gore möchte ich schon dabei haben. Deswegen, es würde mich tatsächlich überraschen, wenn's kein 18er ist. Äh, auf jeden Fall, neben diesem, ähm, Samurai-Kampfstil haben sie dann auch gezeigt, wie man eben auch unehrenvoll kämpft, eben als Geist. Und da geht man, äh, ja, quasi verdeckt vor, würde ich mal sagen. Äh, das sind halt Stealth-Abschnitte, wo man versucht, unentdeckt zu bleiben. Und das ist halt für einen Samurai natürlich kein ehrenvoller Kampf, weil man, ja, mit so einer Guerilla-Taktik einfach den Gegnern in den Rücken fällt. Sie überrascht. Äh, aber auch das ist verdammt cool, weil, äh... Das hat mich fast mehr angemacht noch. Ja, also, weißt du, was mein Gedanke war, als sie das gezeigt haben? Was? Ich werde die, ich werde die ganze Zeit vermutlich versuchen, als Geist zu spielen. Genau. Und, und irgendwann... Sobald du entdeckt wirst... Dann werde ich entdeckt werden, ah, fuck it, jetzt bin ich der coole Samurai. So spiele ich Stealth-Spiele eigentlich immer. So habe ich zum Beispiel Dishonored das erste gespielt. Immer versucht, alles völlig ungesehen. Dann hat mich halt einer bemerkt und dann habe ich mir gedacht, okay, fuck it, dann bin ich dann mit dem Schwert durch die Gegner. Ah, okay, du bist wieder da. Ich hatte hier gerade ganz kurz, äh, ein Problem mit, äh, meinem Mikro. Aber die Aufnahme läuft noch, von daher ist alles gut. Okay. Äh, ja, ich muss sagen, so habe ich auch immer gespielt, aber bin so in den letzten zwei, drei Jahren bin ich immer besser geworden mit diesem Stealth-Vorgehen. Ich werde kaum noch entdeckt. Ich spiele wenig Stealth, also nicht so viel wie du. Ja, reine Stealth-Spiele spiele ich ja eigentlich auch nicht, das sind dann eher halt so Sachen, äh, ja, wo man sich quasi aussuchen kann, so wie in Tsushima halt. Also jetzt, als ich Far Cry 5 durchgespielt hatte, bin ich sehr selten entdeckt worden. Und, äh, das hat mir schon Laune gemacht, einfach so, 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 so wirklich gar nicht ins Lager reingehen, sondern irgendwie von außerhalb sich klug bewegen und mit dem Scharfstützengewehr alles irgendwie wegballern dann. Ähm, das war doch das Schönste in Far Cry 3. Ja. Wo du einfach Tiger von außen freilassen konntest im Cap. Das war schön, ja. Ja. Aber Ghost of Tsushima. Ein Tiger-Kirch. Oh, ein Schloss, Pfeil und Bogen. Äh, äh, Ghost of Tsushima. Ja, sieht so cool aus. Das, äh, das sah, äh, mehr nach Assassin's Creed aus, als die letzten Assassin's Creed, wenn man Stealth spielt. Ja, eigentlich schon. Äh, auch mit, mit so, 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 so verschiedenen Möglichkeiten, die ich mir auch in einem Assassin's Creed irgendwie so dynamisch gewünscht hätte schon seit einer ganzen Zeit. Dann, äh, wo er dann quasi auffällt, wo dann auch irgendwie zwei oder drei Leute auf einmal, oh, da ist er. Und er wirft einfach was und, und killt die halt so instant, weil er einfach halt ein cooler Guerilla-Kämpfer ist. Mhm. Und, äh, und seinen Gegnern oder vielmehr einfach diesen Standardgegnern überlegen ist. Und, ja, es gab halt diese typischen Stealth-Szenen, anschleichen, von oben auf jemanden draufspringen und die Klinge reinhauen. Ähm, das, äh, also ich will jetzt sagen, vom Gameplay her, äh, wird Ghost of Tsushima, äh, nicht das Genre oder, oder Videospiele irgendwie revolutionieren. Da ist eher eine sichere Bank, aber da hab ich auch nichts anderes erwartet. Wenn das gut umgesetzt wird und halt Story und Welt geil sind und mittlerweile, äh, und bislang scheint ja alles irgendwie gut zusammenzugehen, dann, glaub ich, wird das auch schon ein geiles Ding. Also, äh, ich hab's schon mal gesagt, ich sag's wieder, ich freu mich tatsächlich mehr darauf als auf Last of Us 2. Und das wird, also, ich hab jetzt keinen Zweifel daran, dass Last of Us 2 ein sehr geiles Spiel wird. Ja. Ja, ist halt was Neues. Ja, ganz genau. Es ist einfach mal ein bisschen was anderes. Ja. Und da ich seh ... Ich glaub, die Mega-Innovationsbombe hat ja auch niemand erwartet, weil ich mein, wie viele Spiele kommen am Ende von einer Konsolengeneration aus und revolutionieren irgendwas. Ja, eben. Also, ich glaub, es ist einfach, man will ein cooles Samurai-Spiel machen. Ja. Darauf kommt's an. Das Setting muss gut sein und das Gameplay muss halt vernünftig funktionieren und auch Spaß machen. Genau. Da ist es dann egal, ob's in irgendeiner Weise neuartig ist. Ja, eben. Äh, ich mein, das kann man ja auch bei Horizon sagen. Das hat auch spielerisch rein gar nix revolutioniert. Aber es hat halt alles gepasst, ne? Das stimmt. Die Welt und die Story waren halt supergeil. Und das ganze Art-Design. Äh. Also, ja, also, Ghost of Tsushima, das ... Ich glaube, ich werde dieses Spiel sehr, sehr lieben, muss ich sagen. Gerade auch, da ich Sekiro nicht gespielt hab und was so Samurai-Zeugs angeht, dann so sehr jungfräulich quasi in dieses Spiel gehe. Da, äh, hab ich schon richtig Bock drauf. Hinterher, was sie da gezeigt haben noch mit, ähm, ähm, mit den verschiedenen Rüstungen und so, dass sie auch Auswirkungen auf das Movement und so was haben sollen. Also, ich glaub, da muss man abwarten. Das glaub ich ihnen noch nicht so ganz. Denn, äh, du kannst da nicht zu sehr irgendwas verbauen, dass du, äh, komplett anderes Movement irgendwie mit irgendeiner Rüstung hast. Ja. Aber, aber was cool war, das haben sie ja auch gezeigt, dass du verschiedene, ähm, Stile hast im Schwertkampf, die du auch wechseln kannst, um auf, ähm, bestimmte Gegnerarten quasi zu reagieren. Da, der, der ist, ist dann irgendwann, ist er ja von der, äh, ja, von dem Standard-Schwertkampfstand oder was auch immer, ist er in dieses Water-Stance oder so gewechselt, wo er das Schwert dann so über sich gehalten hat. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie tief das halt geht. Also, der Einblick ins Kampfsystem war ganz nett, das sieht cool aus. Aber, ähm, wenn sie da so verschiedene, äh, Stile und so was haben, da bin ich halt immer gespannt, geht das auch wirklich auf? Oder kannst du einfach sagen, naja, ich nehm hier den Stil, damit komm ich am besten klar und metzelst dich das ganze Spiel da durch? Ähm, ist es intuitiv gemacht, dass, äh, dass du auch erkennst, wann du welchen Stil brauchst? Da stehen dann halt doch noch so ein paar Fragezeichen hinter, finde ich. Ja, ich glaube, das wird, das wird schon gut erkennbar sein, weil, bei The Witcher war es ja jetzt auch nicht das Problem, dass du groß Fragezeichen hattest, wie du spielen sollst. Mit deinen verschiedenen Schwertern und so. Ja, gut, aber, da, da, konntest du ja auch relativ schnell, äh, erkennen, ob jemand menschlich oder ein Monster war, ne? Ja, gut, da, denke ich mal, wird es darauf hinauslaufen, ob er jetzt fett gepanzert und groß ist oder klein und wendig. Ja, aber das, das, das waren ja jetzt, äh, eher alle eher so, 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 so Standardgegner. Das sind vielleicht verschiedene Arten, klar, die erkennst du dann halt auch optisch. Aber ich bin halt auch gespannt, wie, wie viele, viele Stile es dann wirklich gibt, die man machen kann. Ja, ähm. In dem Fall kannst du es ja tatsächlich komplett frei entscheiden und dich auf eins konzentrieren, was dir am meisten Spaß macht. Außer halt für spezielle Zwischengegner oder sowas. Hm. Ja, keine Ahnung. Ja, und dann muss man natürlich auch sehen, wie ist das? Muss man dann alle Stile irgendwie einzeln leveln? Boah, das glaube ich nicht. Das wäre, das fände ich, glaube ich, nicht so cool. Das hatte ich gerade bei einem anderen Spiel und das hat mich teilweise extrem genervt. Äh, da gehe ich nachher auch noch drauf ein. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass sie es so machen. Nee, glaube ich auch nicht. Also, ich denke, Gustav Tsushima, ähm, so cool es aussieht und so viel Spaß es wahrscheinlich machen wird, ist halt durch und durch, glaube ich, schon ein ziemlicher Mainstream-Titel, dass den jeder spielen kann. Das glaube ich allerdings auch. Ich glaube, anders kann man Triple-A-Spiele fast gar nicht mehr angehen heutzutage. Wenn du die nur für eine bestimmte Spielerschaft zugänglich machst quasi, das geht nicht mehr. Oder kaum, sagen wir es mal so. Bist du noch da? Ja, bin ich. Warum? Hab dich reden lassen. Jetzt in Ewigkeiten nichts von dir kam. Ich hab dich halt reden lassen. Nee, ich glaub's tatsächlich auch nicht, dass sie das machen. Das ist nicht bei so einem großen Triple-A-Spiel, wo so viel Budget drinsteckt auch. Das wäre, glaube ich, zu gewagt, wenn sie es zu nischig machen. Ja, ich denke auch. Das ist ja auch ein Days Gone. Was hinterher auch seine schwierigen Stellen hatte mit den Horden, die schon mal ein bisschen nervig waren. Also jetzt nicht super schwierigen Stellen, aber etwas schwierigeren Stellen. Das war ja auch komplett zugänglich eigentlich, dass es jeder spielen konnte. Das Crafting und was nicht alles ist, weil es ja alles sehr vereinfacht gewesen ist, auch in einem Horizon, so sehr ich das mag. Aber das Crafting war ja in dem Sinne jetzt nichts, wo du irgendwie aufpassen musstest oder so. Oder der Skilltree so, dass du dich verskillen konntest oder sowas. Das war ja schon sehr leicht zugänglich, dass du, wenn du nicht ein kompletter Idiot bist, auch sofort damit klarkommst. Ja. Quasi auf den ersten Blick auch ersichtlich ist, was du da tust. Aber kommen wir doch mal zu einem anderen Triple-A-Spiel. Ja. Dass sich immer weiter Gerüchte ranken und man eigentlich nichts weiß. Und die Gerüchte, wo ich dann halt auch sagen muss, klingen teilweise irgendwie blöd. Also erst mal jetzt die Tage kamen die Meldungen, weil Warner Bros. Montreal, die ja wohl ein neues Batman-Spiel machen, irgendwie über Twitter jetzt das Team vorstellt und das eine Zeit gehen soll, dass dann auch das Spiel noch länger auf sich warten lässt mit der Ankündigung. Ich habe irgendwie nicht so ganz verstanden, was da der Zusammenhang war. Ja, du kannst ja auch das Team währenddessen noch weiter vorstellen, wenn da ein Spiel angekündigt ist, oder nicht? Eigentlich schon, klar. Also, äh... Alles so ein bisschen wir. Ich glaube, denen ist auch langweilig. Ja. In Homeoffice. Äh. Sollen wir vielleicht jetzt mal sagen, worum es geht? Du hast ja schon Warner Bros. gesagt. Äh, 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 angeblich soll ein Soft-Reboot von Arkham, von Batman-Arkham irgendwas. Ja, also das heißt, offiziell ist es ja eigentlich nur, äh, Batman-Spiel auch. Ja. Aber ich glaube noch nicht mal, das ist hundertprozentig offiziell. Nee, ich wollte gerade sagen, nicht mal das ist hundertprozentig offiziell. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, Soft-Reboot der Arkham-Serie hört sich unglaublich scheiße an. Ja, sehe ich auch so. Wie willst du da ein Soft-Reboot machen? Lass das doch für sich stehen. Du kannst doch, ähm, in diesem Universum, du kannst deinen Batman nehmen und dieses Kampfsystem und kannst da ein cooles Spiel zu machen. Du brauchst diese Arkham-Verbindung nicht. Nee. Ja, ähm, die haben, ähm, ich sag mal so, so Casual-Spieler, die jetzt weder groß in Comics sind oder, äh, äh. Die können mit dem Begriff Arkham eh jetzt nicht sagen. Ja, genau, oder Videospiel-Nerds sind oder sowas, denen ist eh egal, ob Arkham da drin steht. Das ist ein reiner Bezug für die, für die Gamer-Community, die Arkham-Spiele kennt, die aber wahrscheinlich auch, äh, so weit, äh, einfach, äh, 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 im Videospiel-Business drin ist, um zu wissen, okay, neues Batman-Spiel von Warner Brothers, ja, das, das, äh, wird so wie Arkham sein. Ja, aber, ich verstehe halt nicht, warum sie an diesem Arkham-Begriff, also wenn's denn stimmt, ist Gerücht. Ja, ja, das meine ich ja. Ja, wenn sie denn, warum sie denn, weil, ich mein, wie viele Leute kennst du, die sagen, Batman sagt mir jetzt nix, aber Arkham hab ich schon mal gehört. Ja, das meine ich ja die ganze Zeit, ja. Dieser Arkham-Bericht richtet sich ja nur an eine Zielgruppe, die's kennt. Und die würde sowieso wissen. Batman als Arke. Ja. Und da dann irgendwie noch mal die Story weiter aufrollen oder sowas. Nee, gibt uns doch was anderes. Man kann doch viele Geschichten mit Batman erzählen. Deshalb glaube ich einfach nicht dran, das wäre irgendwie doof. Ja, ich hoffe es auch nicht. Ich hoffe, es wird ein neues, vielleicht eine neue Reihe, Batman. Ja, es gab dann ja auch mal Gerüchte, dass sie nicht Bruce Wayne als Batman nehmen, sondern Dick Grayson. Aber da glaube ich auch nicht dran. Nee, glaube ich nicht. Denn da hast du wieder auch die Sache, wenn du so ein Franchise hast, was halt auch viele einfach außerhalb von der Hardcore-Bubble anspricht, dann musst du es halt zugänglich machen. Und für, keine Ahnung, die meisten Leute auf der Welt ist Bruce Wayne halt Batman. Wenn die das spielen, dann ist auf einmal irgendwie der junge Dick Grayson. Ja. Was tust du denn für einen Vogel? Kenn ich nicht. Was? Das ist Bruce, dachte ich. Was? Der hat einen Namen wie ein Schwanz. Grayson? Genau der. Meiner ist auch so. Ja. Oh, ich schicke jetzt erstmal Grayson-Pigs. Ja. Oh, wow. Ach, ja. Ähm. Ja. Äh, ja. Batman, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe sehr, dass sie sich von diesem Arke-Muster entfernen. Denn diesen Bezug braucht man nicht. Den gab es ja in dem Sinne im dritten Teil der Trilogie schon gar nicht mehr so groß. Ja. Das, äh. Ich glaube übrigens, ein Teil aus diesem Bericht, glaube ich übrigens nämlich überhaupt nicht, dass es im Herbst rauskommt. Nee. Glaube ich auch nicht. Nie im Leben. Wenn sie jetzt das Team vorstellen und noch nicht mehr gesagt haben, dass es Batman ist. Also. Ja. Wenn das Ding tatsächlich in fünf Monaten rauskommt, dann wird's Crap. Ja, gehe ich auch von. Ich denke, das wird eher was für die neue Konsolengeneration. Ja. Glaube ich auch eher. Ja. Das würde auch Sinn ergeben. Stell dir mal vor, du hast am Anfang der neuen Konsolengeneration direkt ein Batman-Spiel. Und damit meine ich jetzt nicht sofort zu Release, sondern, keine Ahnung, nächstes Jahr. Februar oder so. Ja, Februar, März, April oder sowas. Ja. Ist ja auch noch früh. Ja. Schon geil. So, und, äh. Würde ich auch nehmen. Ja. Du erzählst jetzt noch mal kurz was. Ich muss nämlich meinen Smoothie mal eben schütteln. Und, äh, das hört sich... Das hört sich sonst wahrscheinlich schlimm an, wenn ich das jetzt vor dem Mikro mache. Ich kann's auch vor dem Mikro machen. Warte, warte, warte. Das hört sich auch schlimm genug an, wenn du das so jetzt, wenn du das so sagst. Ja. Das klingt eigentlich so ein bisschen so, als hättest du... Ah, fertig. Das klingt eigentlich so ein bisschen so, als hättest du Wasser im Mund und hättest deinen Kopf geschüttelt. So backenvoll. Naja. Ja. Ja. Ich trinke einen Schluck. Tu das. Ah, lecker. Jetzt fertig. Gut geschüttelter Smoothie. Ja. Äh, nee, äh, so sehr ich Arkham, die Arkham-Spiele liebe, ich glaube, zu braucht man einfach nicht. Und diese Gerüchte gehören sich alle irgendwie so an, äh, als müsste man einfach was berichten, so. Ja, also, ja, nee. Ich glaube nicht, dass da so viel dran ist. Ja. Ich möchte das nicht. Ja. Aber wir kommen jetzt gleich noch zu Themen, an denen was dran ist. Eine ganze Menge, weil sie angekündigt oder, oder hardcore geleakt wurden. Ja. Aber davor würde ich sagen, ähm, machen wir doch, äh, eine kleine Werbepause. Okay. Und, und setzen dann noch mal einen Song jeweils auf die Liste. Hast du dir was überlegt, lieber Sascha? Ich hab noch eine ganze Liste mit. Sollen wir nicht erst mal die Werbung machen? Nee, wir setzen jetzt erst einen Song auf die Liste. Okay. Dann mach ich noch einen zweiten Punk-Song drauf, der nichts mit Spielen zu tun hat, weil wir vorhin schon bei American Idiot waren. Äh, ich nehm Bad Religion und 21st Century Digital Boy. Zumindest ein bisschen was mit Videospielen zu tun. Hahaha. Äh, okay. Muss ich, muss ich mir jetzt einen anderen Song überlegen? Ich wollt nämlich auch einen Bad Religion Song auspacken, tatsächlich. Tut mir leid. Hahaha. Ähm, äh, ja, wie machen wir das jetzt? Doppeln wir, oder? Eigentlich egal, oder? Eigentlich egal. Okay, dann, dann pack ich von Bad Religion vom, äh, Tony Hawk's Pro Skater 2 Soundtrack das Lied You da drauf. Äh, 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 You wie du, oder You wie der Buchstabe? Du. Ah. Ähm. Schade, ich find Songs über Buchstaben besser. Ja. Hier, hier sind Bad Religion mit ihrem Lied U. Hahaha. Bad Religion. Ja, Bad Religion. Ja. Das ist so, so eine christliche, äh, Flippers Cover Band, die, äh, die dann in so, in so, äh, so, äh, Läden für Bad Einrichtungen eingeladen werden, wenn die irgendwie Jubiläum haben oder so. Finde ich gut. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall 21st Century Digital Boy und You von Bad Religion. Ja. Auf die, äh, debil und durstig, in Klammern, Playpodcast Playlist auf Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr die abonniert und, äh, uns, äh, ja, äh, Kommentare dazu schreibt, wie, ja, euer Musikgeschmack ist scheiße. Oder, äh, ja, ich will mehr Metal oder wo ist Hip-Hop oder sowas. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Äh, aber jetzt gehen wir kurz. Oder mach den runter, ich will den drauf. Ja, finde ich auch gut. Äh, äh, jetzt machen wir aber Werbung. Bis gleich, ihr süßen Muffins. Und da sind wir wieder. Ein RTL. Was? Ach, RTL. Wunderschön. Widerlich, ne? Ja, guck ich immer. Aber, ja. Ich ärgere mich immer, wenn ich aus Versehen beim Seppen mal dran hängen bleibe. Äh, du, es geht schlimmer. Ich hab jetzt eine Werbung gesehen auf ProSieben. Sie versuchen ja, ihren Streaming-Service da zu pushen, dieses Join. Ja, das war auch niemanden interessiert. Das hat mich nur kurzzeitig interessiert, als die neue Staffel Jerks kam, weil Jerks fantastisch ist. Und da alle drei Staffeln waren, die ich dann gebinge-watcht hab. Ja, aber niemand will noch einen Streaming-Service. Vor allem nicht von einem deutschen TV-Sender. Sie haben da jetzt eine, eine, eine Dating-Show. Okay. Hast du die Werbung schon gesehen? Nein. M-O-M? Mom? Milf or Missy? What? Milf oder Missy? Ja. Wo, wo, wo dann Typen verschiedener Altersgruppen, äh, jüngere Frauen und, und reifere Frauen daten uns. Und das Experiment daran ist, äh, wer sich denn besser versteht, ob der Altersunterschied in der Liebe was ausmacht und so. Alter, guck dir allein diese Vorschau an und denkst schon, wow. Wir wissen auch, ich weiß nicht, welcher Sender es war, irgendeine Vorschau gesehen zu, ich glaub auch Dating, ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, mein Gehirn hat sofort ausgeschaltet. Ja. Da geht's irgendwie darum, dass sie auf einer Insel oder so sind und da, keine Ahnung, acht Models und acht Nerds einsperren. Es gab doch auch mal auf ProSieben diese Sendung das Model und der Freak oder so, ne? Ja. Ja, aber da ist es tatsächlich, glaub ich, so gruppenmäßig. Ja, also, äh, ja, ProSieben hat schon immer starke Ideen, muss man sagen. Ja, 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 ja. Vor allem, das war der Hammer, daher weiß ich das mit dieser Werbung, die kam davor, bevor diese Sendezeit von Joko und Klaas kam, die sie gewonnen hatten, diese 15 Minuten, 20.15 Uhr, wo sie halt wirklich einfach so, so 15 Minuten hart gezeigt haben, moderiert von Sophie Passmann war das, glaube ich, äh, viele, äh, ja, Dreckschweine sich unter den Männern tummeln, die halt Frauen belästigen und sowas, ne? Aber ist ja nichts Neues, dass da... Natürlich nicht, aber das war halt wirklich... Der Abschaum unterwegs ist im Internet. Das war halt wirklich sehr, sehr heftig, ne? Und davor kam halt diese Werbung und du denkst dir so, ja, ProSieben. Ach so, okay, ja. Ihr seid schon Helden, ne? Ja. Aber der Beitrag von Joko und Klaas ist sehr gut, den kann man sich ruhig mal angucken. Ja. Ja, aber kommen wir von, äh, Sexismus, äh, zur Mafia. Boah, das ist so die schlimmste Übereitung, die die ganze Zeit sind. Ja, das... Was soll man sagen? Äh, ähm, äh, Milf oder Missy oder Mafia? Okay. Was wählst du, Sascha? Äh, 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 Feld 3. Nein, ich nehm, ich nehm, äh, ich nehm die rote Kiste. Ja, das ist Mafia. Tut mir leid. Okay, cool. Ich hab heute leider keine Milf für dich. Ich wollte einen Song haben. Tja, kriegst du auch nicht. Nun ja, äh, Mafia Trilogy wurde mit einem... Wie schieß das nochmal? Geh aufs Ganze. So. Ja, Mafia Trilogy. Okay, dafür bin ich tatsächlich zu jung. Ich kenn den Song noch, so oder so, aber das war schon nicht mehr wirklich in, als ich angefangen hab, Fernsehen zu gucken. Ja, ich hab's auch als Kind eher geguckt. Nun ja, Mafia Trilogy wurde durch einen Teaser angekündigt. Ja. Und, äh... Und durch ein Leak dann danach. Genau. Dann gab es einen massiven Leak, der nicht viel über Mafia 3 verrät, was sie damit jetzt genau vorhaben. Genau. Ähm, aber, dass es wohl ein Remaster zu Mafia 2 geben soll. Genau. Und noch viel, viel interessanter als jetzt einfach ein Remaster ist das erste Mafia. Yay! So ein vollständiges Remake kriegen. Und diese Spiele kommen alle von Hangar 13, die Mafia 3 gemacht haben. Mhm. Wo man erst mal ein bisschen skeptisch sein sollte. Aber, äh, die Screenshots, die es bisher zu sehen gab, also, die geleakt wurden von Mafia 1, die sehen schon extrem geil aus. Ja. Aber die sind natürlich auch Hardcore-Bearbeiter, denn das ist eigentlich eher Next-Gen-Grafik. Ja. Würde ich mal behaupten. Oder PC. Letztens PC-Shots. Ja, dann aber auch von einem PC, den sich Otto-Normalverbraucher eher selten leisten kann. Ja, klar, 4K-PC, wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber sah genial aus. Es wird ein vollständiges Remake geben. Ja. Ich hab voll Bock drauf, denn Mafia 1 hab ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich hab den ersten Teil auch nicht gespielt, ne? Ich hab den zweiten hab ich, glaub ich, dreimal durchgespielt. Mhm. Das dritte hab ich mir noch nicht dran getraut. Aber den ersten wollte ich immer mal nachholen. Und jedes Mal, wenn ich diese Shop-Seite mir anschaue, denk ich mir, äh. Ich wollte den auch immer mal nachholen. Ich schreck halt so ein bisschen die Grafik mittlerweile ab. Ja, die Grafik und die Steuerung, also die Erzählungen über diese Autorennen, die Scheiße, die sich gesteuert haben und wie unbalanced und unfair die waren. Ja. Da dachte ich mir schon so, boah, nee, dafür hast du keine Geduld. Ja. Und wenn's noch so ne coole Mafia-Geschichte hat. So ging's mir nämlich auch. Aber jetzt, ne geile Mafia-Story, cooles Setting, halt so, 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 so Chicago 30er-Jahre-mäßig ist das ja, glaub ich. Mhm. Ähm. Ich werd jetzt nix Falsches erzählen, nicht, dass ich jetzt wieder schon böse Kommentare kriege, weil ich was Falsches sage. Aber da hab ich schon richtig Lust drauf. Vielleicht Ende 30er, Anfang 40er, tipp ich mal. Meinst du so nah am zweiten Teil? Ich weiß es nicht. Du meinst, das war ein bisschen vorher. Ich bin jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich schau nach. Dann schau du doch nach. Ja, ich schau doch mal nach. Ja. Und, äh, das Interessante ist, am 19, also am Dienstag, um 18 Uhr, ungefähr 24 Stunden oder 26 Stunden, nach, äh, dem unserer Podcast, unser Podcast hier online geht, da will 2K wohl die Bombe platzen lassen und mehr ankündigen. Das wurde schon bekannt gegeben. Und, ja, da, äh, würde ich auch auf jeden Fall mal sagen, dass ihr auf jeden Fall dann auf unsere Webseite kommen solltet, pcgames.de, um nachzugucken, was da Sache ist. 30 bis 35. 30 bis 35, ja. Ja. Hatte ich recht. Prohibitionszeit halt. Ja. Ja, und, und Mafia 2 startet, äh, richtig, ja, dann müsste 43 oder so sein, ne? Ja, du kommst ja aus dem Krieg zurück, verwundet. es startet ja quasi mit dem Krieg. Genau. Wo du auf Sizilien kämpfst, Genau, und dann bist du ja verwundet und kommst zurück. Mhm. Ja. Und dann macht's irgendwann einen Sprung in die 50s. Richtig. Ja. Warum das so ist, sagen wir jetzt aber nicht. Sonst beschwert sich wieder jemand, Mann, das Spiel ist erst 10 Jahre alt. Verrate dir einfach irgendwas davon. Ja, es ist ja so, ähm, normalerweise hätte ich jetzt kein Problem damit, Mafia 2 hier zu spoilern, weil das Ding ist halt uralt, wer es noch nicht gespielt hat, so, Pech. Aber wenn jetzt tatsächlich da nochmal was Neues kommen sollte, oder wie auch immer, mal schauen, ähm, dann können es Leute ja vielleicht nochmal spielen, deswegen lassen wir es jetzt mal. Obwohl man auch sagen muss, das wäre eh sehr zu Anfang, das wäre auch kein Spoiler. Ja, ja. Aber da muss man erst mal ganz YouTube sensibilisieren, was überhaupt Spoiler sind. Ja. Und das wäre zu. Ist ja egal. Ist ja egal. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Und, ähm, vor allem dann auch, äh, ja, ähm, wie es technisch aussehen wird. Also diese Screenshots von Mafia 1, die lassen einem so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber man weiß ja auch eben, wie Mafia 3 dann letztendlich aussah, was das für technische Probleme hatte. Ja. Und so ein Remake, das ist ja jetzt halt nicht einfach so, ach ja, HD-Texturen draufgepackt. Ne, ein Remake, das ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Da, da überarbeitest du ja quasi alles. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Abwarten, abwarten. Daniel Wavra, der, der, ähm, Kingdom Come, äh, Dummschwätzer, hat sich auch dazu gemeldet. Der war ja damals da, der Game Director, und meint halt so großkotzig, ja, ich erwarte nichts davon. Ich bin ja nicht involviert. Und ich denke so, komm mal von deinem hohen Ross runter, du Vollidiot. Ja. Er wirkt mich gerade schlau genug, um seine Nazi-Band-Shirts da anzuziehen. Er ist ein guter Game Director, das muss man sagen. Er ist aber auch leider ein kompletter Bauer, wenn man den schwätzen hört. Naja. Naja. Ja. Soll angeblich nach dem Leak auch schon das, also das Remaster im August kommen. Bin ich mal gespannt, wenn's denn stimmt. Das Remaster oder das Remake? Das Remake, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, bin ich auch gespannt. Das vom Ersten. Naja, mal abwarten. War ja auf jeden Fall eine coole Reihe. Zumindest die ersten neuen Teile. Ja. Könnte auch cool sein, wenn er fertig gewesen wäre. Mal abwarten. Ja, das ist der Dritte, dem fehlt da halt so ein bisschen, ein bisschen, ja, besseres Missionsdesign und bessere Technik wären halt cool gewesen. Die Story und das Setting waren geil. Vielleicht patchen sie ihn ja fertig für was auch immer kommt. Das wäre halt aber auch hart, ne? Du verkaufst da Mafia Trilogy und so. Jetzt Mafia 3 in fertig. Ja. Irgendwie so drei Jahre nach Release. So promote vielleicht. Ja, dann heißt es Final Edition oder sowas. Ja, ja, ja. Finished Edition. Finished Edition. Mafia 3 complete. Na ja, na ja. wann was auch immer rauskommt. Was wir aber auf jeden Fall wissen, was am 4. September rauskommt, worauf ich mich sehr freue und weshalb ich auch gerade den Bad Religion Song auf die Liste gepackt habe. Ja. Es kommt eine äh, äh, ein Remake von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Ich lese hier gerade in meiner Quelle Remaster, aber das stimmt nicht. Es ist halt schon ein Remake. Ähm, die Grafik ist neu und, äh, auch das ist, äh, dealerisch muss das natürlich auch alles angepasst werden dann, wenn du ein anderes Technikgerüst hast. Und meine Güte, sieht das gut aus, was da gezeigt wurde. Es gibt ja auch schon ein Gameplay-Level, ähm, vom, äh, Warehouse, äh, von der Warehouse-Stage. Es sind die ganzen alten Skater von den ersten beiden Teilen sind mit an Bord. Und, äh, fast alles von dem Soundtrack ist wieder dabei. Das haben sie erneut lizenziert. Eben dann auch. Zum Beispiel, äh, Yu von Bad Religion. ich hab jetzt nicht gesehen, ob Rage Against the Machine wieder dabei ist, aber, äh, Primus ist dabei, Legwagon, Papa Roach, äh, etliche Größen, die einem damals ins Ohr gesaust sind. Goldfinger, davon haben wir den Song ja schon auf der Liste, haben wir ja mit angefangen damals. Das klang jetzt, als du gesagt hast, Goatfinger. Der Goatfinger. Ja. Goldfinger. Die bekannten Finger von den ganzen Ziegen. Ja. Wobei, Goatfinger ist in Niedersachsen ein Hobby. Ja. Ja, Tony Hawk. Äh, 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 ja, äh, sich VW unterwerfen und, und Ziegenfingern. Äh, dafür ist Niedersachsen bekannt. Äh. Und der VfL Wolfsburg natürlich. Ach, den gibt's noch. Ja. Ähm. Es gibt noch Bundesliga, es geht heute wieder los. Also, wenn ihr das hier hört. Geht's heute schon los? Ich dachte morgen. Glaube. Weiß es nicht. Ach stimmt, Freitagsspiele lassen sie weg, ne? Weiß ich nicht. Was weiß ich. Ich bin, ich hab grad nur gelesen, dass Heiko Herrlich blöd war und die Quarantäne gebrochen hat. Ja, Samstag. Und, äh, jetzt erstmal sein erstes Spiel nicht mit dem, ach, ja. Ja, ja. Ein Chaos. Das wollte ich dir gestern noch schicken, weil ich mir dachte, das freut dich sehr, wenn du das liest. Ich, ich hab's fünf Minuten vor dem Podcast noch gelesen und sehr gelacht. Ja, das ist schon. Aber, aber, äh, kommen wir zurück zu Tony Hawk. Richtig. Es ist auf jeden Fall das Remake angekündigt. Am 4. September kommt es raus und was ganz, ganz wichtig ist, es ist nicht von Robomodo. Ja. die, ja, ähm, ja, ähm, eigentlich alle sämtlichen letzten Tony Hawk Teile verschissen haben, muss man ja einfach so sagen. Ja. Wo man dachte, es geht halt echt nicht mehr. Ähm, stattdessen, äh, ist nun Vicarious Visions dafür verantwortlich. Und, die kennt man, dass sie schon zur PS2-Zeit und so die Crash Bandicoot-Serie betreut hatten, die nicht mehr ganz so gut war wie unter Naughty Dog, ja, aber immer noch ordentlich. Ja, immer noch ordentlich. Und sie haben die Crash Bandicoot Nsane Trilogy gemacht, also die Remakes von der Crash Bandicoot-Trilogie der ersten Playstation. Und da waren sie mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail dabei und haben das wirklich richtig, richtig gut gemacht und auch drauf geachtet, wie sie was darstellen sollten. Und diese Spiele fühlten sich ja wirklich so an, als hätten die damaligen Entwickler, wenn sie die technischen Möglichkeiten gehabt hätten, das so gemacht. Das war wie aus einem Guss. Ja. Und wenn ich mir so die bisherigen Videos von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 angucke, dieser Neuauflage, wirkt das diesmal auch so. Sie wissen, was die Leute wollen und sie haben das Gameplay, also sah zumindest für mich so aus, haben sie es ein bisschen ausgebaut, also sie sind, glaube ich, nicht nicht ganz fromm, wird da den Originalen gefolgt. Also du kannst auch in den Arealen von Tony Hawk's Pro Skater 1 kannst du auf jeden Fall auch die Tricks machen, die in Teil 2 drin sind. Es ist also nicht irgendwie so eine strikte Trennung, so wie es aussieht. Und ich glaube tatsächlich, du kannst Kombos noch ein bisschen besser verketten, wie es in Teil 2 war, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da konnte man noch nicht ganz so viel aus dem Gameplay sehen. Aber es wirkt auf jeden Fall ziemlich smooth, so das Geschehen auf dem Bildschirm. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Ich habe so ein bisschen Angst tatsächlich nach Tony Hawk 5, dass es wieder schlecht wird, aber nach dem, was bisher gezeigt wurde, überwiegt dann doch der Optimismus bei mir. es könnte sein, dass ich ein kleines Freudentänzchen aufgeführt hatte, als ich den Trailer gesehen habe, der das Spiel angekündigt hat. Glaube ich nicht. Ich kann dir gerne das Video schicken. Nee, lass mal. Aber ich muss dich warnen. Ich war nackt. Ja, lass mal. Danke. Ich habe nämlich gerade wieder Grayson Picks verschickt. Oh. Nein, natürlich nicht. Nee, nee, warum auch? Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, als es angekündigt wurde. Verdammt gut aus. Ich finde es so lustig, wenn du tatsächlich einfach Bilder von Dick Grayson als Batman verfixt. So, hi. Wollte ich dir kurz zeigen. Hier, Dick Pick für dich. Bild von Dick Grayson. Das sind die einzigen Dick Picks, die verschickt werden dürfen, liebe Leute. Also, wenn ihr irgendwie pervers seid, sucht euch Bilder von Nightwing und verschickt sie. Dick Tracy geht auch. Dick Tracy, Auch noch legitim. Team. Und Dick Cheney. Dick Cheney ist schon so auf der Grenze. Ja, Dick Van Dyke geht noch. Ja. Dick Van Dyke lebt noch? What the fuck? Das ist doch schön. Ja, natürlich, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er noch lebt. Dick Van Dyke, kurz zur Erklärung für alle, die jünger sind als 70. Das ist der, aus Mary Poppins unter anderem. Danke, dass du es erklärt hast. Ich wusste es nämlich auch nicht. Weißt aber, der Ich kannte nur den Namen. Die männliche Hauptrolle aus Mary Poppins. Wißt du, weil ich den Film zuletzt gesehen habe? Keine Ahnung. Gestern? Vor vor 28 Jahren oder so. Warum? Hä? Sollte ich mir den nochmal angucken? Ich fand den nicht gut als Kind, muss ich sagen. Du als Kind schon keine Seele hattest. Weißt du, das sagt jemand, der Resident Evil nicht mag und sich wahrscheinlich noch nicht mal auf Tony Hawk's Pro Skater freut, jetzt auf die neue Frage. Da freue ich mich doch drauf. Klar, die ersten beiden haben ja auch gespielt. Früher. Na gut. Kommst gerade nochmal so weg. Ja, aber Resident Evil ist mir das scheißegal. So. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir Tony Hawk zum ersten Mal anspielen dürfen. Und es ist ja ... Kann ja eigentlich nicht mehr so lange dauern. Soll ja jetzt auch schon ... Wann soll es rauskommen? September oder so? 4. September kommt es raus und Vorbesteller können irgendwie eine Zeit vorher ... Ich glaube auch das Lagerhaus-Level dürfen sie spielen. Also da gehe ich mal von aus, dass wir da zumindest eine Demo dann auch kriegen. Ja, denke ich auch. Das wäre dann wahrscheinlich ... Das wäre dann wahrscheinlich schon ziemlich gut spielbar gewesen auf der Gamescom. Vermutlich, ja. Naja. Aber lustig finde ich, das sind ja diese ganzen Skate-Spiele, die jetzt irgendwie so auf Steam und über Kickstarter aufpoppen und die sich so auf die Fahnen schreiben, wie sind das neue Skate oder wie sind das neue Tony Hawk und wenn du die dann spielst, denkst du dir einfach nur so ... Wow. Ist das schlimm? Ja. Das kannst du nicht steuern. Und dann kommen dann halt diese Uraltspiele einfach hervor und werden den ganzen neuen Skate-Spielen ziemlich in den Arsch treten, wenn die so gut funktionieren wie damals. Ja. Wahrscheinlich. Ha! Tja. Ja. So ist das. So. So ist das, ganz genau. Jetzt kommen wir wie ... Die letzten Ausgaben immer dazu. Was wir in der letzten Zeit gelesen, geschaut, gezockt haben, was auch immer. Ob wir da irgendwelche Empfehlungen für euch kleinen Schweinchen da draußen haben. Lieber Sascha. Ja. Was hast du gelesen, geguckt, gespielt, angefingert, was auch immer. Also ich hab wie ... Du hattest ja, glaube ich, schon mal drüber geredet, über Tyler Rake Extraction. Mhm. War das im Podcast, oder haben wir da so drüber geredet? Naja, das war im Podcast, im letzten tatsächlich. Ja. Hab ich mir auch mittlerweile angeguckt, kann ... Ich schließe mich dir an. Kann man gut weggucken. Ja, ist nicht geil, aber ... Nö, aber kurzweilig. Vollkommen okayer Actionfilm so. Ja. Und der Bodycount ist Rambo-verdächtig. Ja. Ja. Und die Action ist halt auch echt cool inszeniert, muss man sagen. Also ich mochte die Kampfszenen sehr. Ja, war gut. Wir haben ja auch schon drüber spekuliert, als wir so geschrieben haben, ob es da ein Sequel zu geben wird. Ja. Und was ich mir so gedacht habe, ich sage, ja, es wird ein Sequel da zu geben. Aber, äh, das wird ohne Chris Hemsworth sein. Der hat so einen Filmvertrag da bei Netflix dann gemacht. Weiß man nicht. Für dieses Ding. Und, äh, ich wette, das ist dann irgendwie, keine Ahnung, äh, dann wird es, ähm, Christopher Smith Extraction oder sowas. Und dann ist die Hauptrolle Lorenzo Lamas. Nee, Tyler Rick Extraction, aber sein Bruder spielt ihn. Äh. Weil der ist nicht so teuer. Äh, Kyla Rake Extraction dann. Seine Schwester. Das ist so, 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 so ein, äh, 17-jähriger Instagram-Tussi. Nein. Die ganze Zeit nur an ihrem Handy rumhängen. Sagst du was so, das Ende lässt es offen, ob es eine Fortsetzung geben kann. Punkt. Ja. Aber, ja, ich bin mal gespannt. Ich sage, es gibt eine Fortsetzung, aber ohne Chris Hemsworth. Wette ich mit dir. Äh, ja, sonst irgendwas geschaut? Äh, geschaut tatsächlich jetzt dann so viel nicht. Ich habe mir eine Sendung angefangen, bin ich aber noch in der ersten Folge, die du wahrscheinlich eh schon länger kennst. Ähm, nämlich The Dark Side of the Ring. Ähm. Da, da gab es aber mehrere Staffeln auch von, ne? Da gibt es zwei mittlerweile von. Hm, also, also, ich erinnere mich dran, die Bruiser Brody-Folge habe ich auf jeden Fall gesehen. Das ist, glaube ich, zweite oder dritte der ersten Staffel. Hm, ich habe die nicht alle gesehen. Die erste, da bin ich gerade noch drin, die ist über Macho Man und Elizabeth und so. Hm. Na, die Bruiser Brody-Folge ist sehr bitter. Da ist alles daran, ist sehr bitter, glaube ich. In der zweiten Staffel ist, äh, ist ja, glaube ich, dann die, die, die Benoit-Sache, ne? Auch, ja. Ja. Ich muss, ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit nicht sehr viel geschaut. Ja, ich habe halt Money in the Bank noch nachgeholt, WWE. Äh, das habe ich auch geguckt, aber, ah. Auch Fehler war. Wollen wir eigentlich nicht drüber reden. Nee. Äh, ja. Hast du Raw danach gesehen? Äh, nee. Okay. Ich habe nur, äh, auf, auf, ich habe nur gesehen, wie, wie, äh, Becky Lynch den Titel abgegeben hat. Ja, ja. Das war direkt am Anfang auch. Ja, ähm. Erwartungsgemäß. Ja. Und Asuka finde ich halt sehr lustig. Mit ihm ausgerastet immer. Ja, ja, die ist völlig wahnsinnig. Äh, aber sonst so Filme und so, so fleißig, wie ich da in den letzten Wochen war, jetzt in den letzten zwei Wochen? Ja, habe ich auch nicht so viel. Wie gesagt, ich habe Tyler Rake halt nachgeholt, ähm, und, äh, ein bisschen Wrestling nachgeholt, die Doku halt jetzt hier angefangen, aber sonst tatsächlich auch nicht viel. Ich habe tatsächlich relativ viel gelesen und gespielt. Gelesen habe ich auch, aber die letzten beiden Bücher, die ich mir geschnappt habe, waren Rheinfälle, leider. Das ist nicht so gut. Nee. Über das eine weiß ich nicht, habt ihr da schon mal im Podcast drüber geredet? Du hattest das auch vor kurzem gelesen, The Man in the High Curse. Ich glaube, da habe ich nur mal, äh, da hattest du gesagt, dass du es bestellt hast und ich habe nur gesagt, dass ich es stinklangweilig fand. Ja, es ist auch stinklangweilig. Es ist furchtbar, oder? Es ist furchtbar. Ich muss dazu sagen, ich habe die Serie nie gesehen. Ähm, ich wollte immer erst das Buch lesen, bevor ich mir die Serie anschaue. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nach dem Buch die Serie noch sehen will. Allerdings habe ich gelesen, dass die wohl sehr anders sein sollen. Also, kurz zur Erklärung, The Man in the High Castle ist von, äh, Philip K. Dick, der auch zum Beispiel, äh, die Vorlage zu Blade Runner geschrieben hat. To Android's Dream of Electric Sheep. Äh, und es geht darum, dass eine Alternative, es ist eine alternative Zeit, in den, ich glaube, 60er Jahren spielst, ne? Meine ich, ja. Boah, ich weiß nicht, ob 50er oder 60er, ja. Ich meine Anfang 60er, sagen sie an irgendeiner Stelle. In der die Achsenmächte eben den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und die USA sind aufgeteilt in, äh, die Ostküste ist von den Deutschen, von den Nazis besetzt. Die Westküste von den Japanern. Und in der Mitte ist so eine neutrale Zone, die noch so einigermaßen Selbstverwaltung hat, aber eben keine Weltmacht mehr darstellt. Liegt als Prämisse super spaßig. Die Hälfte des Buches handelt aber von Antiquitätenhändlern. Es ist so. Ja, ja. Es gibt so einen kleinen, leichten Spionageplot, wo dann auch die einzigen zwei Action-Szenen, glaube ich, vorkommen in diesem Spiel. Äh, in diesem, in diesem Buch. Aber der Rest des Buches ist halt einfach stinklangweiliges Gelaber über, über Geschäfte und Geschäftseröffnungen und irgendwelche Orakel und Antiquitätenhändler. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, äh, die Charakterzeichnung von, ähm. Ja, das auch noch. Von Julia heißt sie, glaube ich, ne? Julienne. Heißt sie nicht Julienne? Weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, keine Ahnung. Der, der, der Protagonistin. Ja. Die hat mich unglaublich gestört. Ja. Also ich, ich fand, äh, ja, klar, er schreibt da über eine bestimmte Zeit und, und sowas, ja. Aber ich fand, äh, einfach die, die, die generelle Zeichnung dieser Figur, was sie für einen Charakter hat, fand ich so ultra sexistisch. Ja, das ist so dummchen. Nicht nur dumm, halt auch auf eine gewisse Weise irgendwie so berechnend irgendwie so. Ja. Und, und das wirkt so allgemeingültig, so nach dem Motto, ja, so sind Frauen nun mal, wo ich das so, boah, alter. Ja. Ja. Ich find, die, seine Charakterzeichnung im ganzen Buch ist aber auch inkonsequent. Absolut. Weil, die drehen sich teilweise um 180 Grad, dann hast du zwischendurch einfach mal fünf Seiten, wo sie völlig durchdreht und wirres Zeug von sich gibt. Und, und das ist dann halt einfach wieder vorbei. Und du denkst dir halt so, hat, hat sie gerade verrückt gespielt? Hat diese kurze psychotische Phase? Was war grad los? Wird halt nicht weiter erklärt. Das klingt so ein bisschen... Schöning hat er sich gedacht so, ja, Weiber, die spinnen manchmal. So ein bisschen wie der, wie der Pilot bei Rogue One. Ja, ja. Nur, dass der nicht ausrastet, sondern einfach so leer gesaugt ist von der Gehirnschnecke oder was. Und dann auf einmal doch wieder funktioniert. Ja, und dann hört das Buch halt einfach auf. Es hat kein Ende. Es, es, es stoppt. Ja, ich, 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 ich fand's furchtbar. Ich fand es furchtbar. Ich fand's auch nicht gut geschrieben oder so. Ja, aber auch nicht schlecht jetzt. Was mich halt ein bisschen gestört... Also sprachlich konnte ich da echt nichts rausholen, was irgendwie... Nee, 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 das ist besonders toll. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte so, boah, welcher Analphabet hat das denn geschrieben? Äh, was mich ein bisschen gestört hat, also ich hab's auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, hast du auf Deutsch gelesen? Ich auch, ja. Okay. Ähm, er hat halt versucht so ein bisschen dieses japanisch-englisch in den Dialogen auch rüberzubringen. Dieses, dass, dass sie öfter mal Verben weglassen oder Artikel, das ist halt schon echt anstrengend zu lesen. Ja. Also ich bleib... This is car. Ich bleib dabei, außer auch Blade Runner, äh, geht ja ein ganzes Stück von der Buchvorlage weg und so. Das hab ich doch geliegend tatsächlich. Ähm, ist jemand, der, der, der coole Ideen hatte, aber er war kein besonders guter Autor. Ja. Und ich, ich glaub tatsächlich, der hat auch einfach einen riesigen Dachschaden. Ja, ich glaub, der war auch leicht paranoid. Ähm, ich hab... Ist der nicht sogar so geendet? Leider? So, so geendet? Ja, dass er so völlig paranoide Wahnvorstellungen hatte am Ende? Das kann gut sein, also ich, ich, ich find, das liest man auch raus, das ist halt teilweise halt wirklich wir. Das ist so, äh, äh, ja, also... Ich, 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 ich möchte jetzt nichts zu heftiges sagen, aber das, das, das wirkt nicht, äh, geistig gesund sehr oft. So wie er Sachen zusammenstrickt. Ja. Ja. Er, 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 ich glaube, er hat die Welt ein bisschen anders gesehen. 72 hat er angefangen zu erzählen, dass er verschlüsselte Botschaften für eine geheime Regierungsorganisation in seinen Büchern unterbricht. bringen sollte, was er abgelehnt hat. Äh, ja, natürlich sollte er das, denn seine Bücher haben sich ja so gut verkauft, ne? Dann hat das FBI und KGB ihn angeblich verfolgt, und dann hatte er Visionen während einer zahnärztlichen Behandlung und... von, von Jesus und dem antiken Rom und sowas. Ja, also, ja, er war... Und da sag ich halt auch ganz ehrlich, du, du liest so ein bisschen die Psychose aus seinen Sachen raus. Ja, ja. Er ist nicht dieser große Autor. Er ist ein großer Ideengeber, aber er ist kein großer Autor gewesen. Äh, aber ja, ähm, ja. Ich hab, äh, Jahre des Jägers fertig gelesen von Don Winslow. Mhm. Und, äh, hab danach dann direkt das neue Buch von ihm gelesen, Broken, was, äh, verschiedene Kurzgeschichten hat. Die sind schon mal ein bisschen durchwachsen, also ich fand eine... Was? Broken. Broken, aber... Ich bin alle auf dem Berg. Elmar Brocken. Ach so, oder der, ja. Er dreht sich um einen, äh, CDU-Politiker. Ja. Ähm, nee, es sind verschiedene Kurzgeschichten, ähm, äh, wo er halt alles so ein bisschen abhandelt, äh, was er gerne hat. Äh, also, äh, äh, Winslow schreibt auch schon mal ganz gerne so, 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 so Trash-Zeug. Er hat ja auch mal einen Roman geschrieben, ich komm nicht mal auf den Namen, der quasi, äh, so ein bisschen stirblangsam-mäßig war. Mhm. Äh, äh, der war aber spannend. Und da ist eine Kurzgeschichte, die, die, die geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, dann, äh, wo, wo er sich so ein bisschen, äh, am Humor ausprobiert, die, die ist ganz cool. Eine fand ich nicht so toll, um so ein, äh, so ein Juwelendieb. Okay. Äh, die, die war, die ergab nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Aber, ähm, was er halt macht, er kann halt supergut Charaktere zeichnen und deshalb macht es eigentlich immer Spaß, das zu lesen. Und auch Jahre des Jägers war ich mit dem, mit dem Ende war ich auch nicht so ganz zufrieden, weil mir das ein bisschen zu sehr persönlicher Abrechnung, glaube ich, mit Donald Trump war, die er da drin hatte. Äh, das hätte man ein bisschen eleganter machen können, aber an sich halt, äh, gut zu lesen, wie eigentlich, äh, jedes Buch von Don Winslow. Aber jetzt auch genug der, der Literaturkritik hier. Ja, und Don Winslow und, und auch Iowa's largest wildlife preserve. Der Name hat's dir echt angetan, ne? Ja, ja. Ähm, ich hab noch Snow Crash angefangen von Neil Stevenson. Stevenson. Okay. Ähm, da mir das immer mal wieder empfohlen wurde als einer der besten Cyberpunk-Romane. Und da hab ich jetzt nach 50 Seiten aufgehört, weil's mich zu sehr genervt hat. Das war unfassbar nervig geschrieben und so stinklangweilig auch. Das ist einfach, die ersten 40 Seiten drehen sich darum, dass jemand eine Pizza ausliefert. Ich denk mir halt, what? Ja, das ist aber ganz cool. Es war wohl Anfang der 90er, war's wohl relativ wegweisend, weil da grad dieses Cyberpunk-Thema aufkam. Und Cyberspace und was weiß ich alles und Online-Welten. Aber es liest sich halt heute alles so lame. Ja, mit dem Wegweis muss man auch immer vorsichtig sein. Wer das dann halt auch behauptet hat und wie nischig das war, dass sich das dann durchgesetzt hat. Ja, also, äh. Äh, ne. Nee, nee. Nun ja. Ich möchte das nicht. Hast du denn irgendwas gespielt in letzter Zeit? Ja, nix Neues tatsächlich. Ich bin immer noch mitten in Final Fantasy VII, im Alten. Okay. Und immer noch begeistert? Im Alten, ja, ja klar, immer noch. Final Fantasy. Nicht Remake. Ja, ich weiß. Es hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, so boah, nach einigen Stunden geht mir das dann doch auf den Geist, weil's so altbacken ist oder so. Ja, die Grafik ist jetzt halt nicht mehr die Hübscheste, logischerweise. Um's freundlich auszudrücken. Das sieht ja mittlerweile aus wie hingekackt. Ähm. Aber es macht immer noch super Spaß. Also, es ist nach wie vor ein großartiges Spiel. Äh, und ja, ich bin immer noch im ersten Assassin's Creed. Das hatte ich ja auch jetzt angefangen. Tatsächlich. Okay. Um mal die Reihe nachzuholen. Ja. Ansonsten hat tatsächlich nix Neues angefangen jetzt. Ich hab im PSN-Sale ein bisschen zugeschlagen. Wenn's jetzt gab, ich hab, ähm, Alienation hatte ich ja eh schon. Das hatte ich ja damals getestet. Ich hab mir jetzt mal Dead Nation geholt für ein paar Euro. Ähm. Ja, das hab ich, glaub ich, auch mal gespielt gehabt. Das war nicht so meins. Oh, doch, das ist doch ganz cool. Das hast du, glaub ich, sogar gut bewertet. Ja, aber, ja, ja, klar, weil's objektiv cool war. Aber irgendwie hab ich's danach privat nicht mehr weitergespielt. Oder nicht noch mal gespielt, zumindest. Ich wollt's eigentlich noch mal im Koop dann. Aber, äh, weiß nicht. Auf jeden Fall, das hab ich gekauft. Ähm, und hab's auch ein bisschen gespielt und fand's ganz cool. Äh, Abzu hab ich mir dann endlich mal geholt. Mhm. Das ist halt, ja, einfach so schöne Spielerfahrung. Sehr relaxed. Journey-mäßig, ne? Ja, ja, genau. Sind ja auch ein paar alte Leute davon. Ja, genau. Von Dead Game Company dabei. Ich glaub, auch der gleiche Komponist und so. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes, spezielles Spiel. Wo man einfach mal so ein bisschen abschalten kann auch. Man kann eigentlich auch nix falsch machen. Äh, und Control hab ich mir gekauft. Das hab ich aber noch nicht gespielt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das hab ich auch noch auf der Liste. Das hab ich nur mal angefangen. Ah, aber. Das fand's sehr gut. Ja, das glaub ich auch. Aber irgendwie bin ich, irgendwie hat mich was abgelenkt und dann hab ich's nicht mehr weitergespielt. Das muss ich mal noch machen. Ja, so ging es mir ja mit Yakuza Kiwami 1. Das hab ich irgendwie zwei- oder dreimal angefangen und wird immer abgelenkt. Und jetzt hat ich's ja, hat es ja letztes Mal schon gesagt, dass ich damit angefangen hab. Und, äh, das hab ich jetzt durchgespielt. Ja. Und, äh, hatte großen Spaß daran. Auch wenn's teilweise unfassbar trashig war. Also man merkt auch noch einen Unterschied zwischen, äh, eben der Story von dem ersten Yakuza zu dem, was sie dann hinterher so ein bisschen auch erzählt haben. Mhm. Ähm. Äh, da waren ein paar Szenen, wo ich halt auch laut gelacht hab einfach. Ähm. Aber, äh, allein, dass man immer die ganze Zeit von diesem durchgeknallten Goro Majima verfolgt wird, der einen zum Kampf fordern will. Ist halt super lustig. Äh, er versteckt sich in der Mülltonne oder irgendwie, äh, auf einmal fliegt der Gullideckel hoch und er kommt, äh, oder er versteckt sich unter so einem riesigen Verkehrshütchen. Äh. Äh, das ist schon lustig. Und du hörst dann, wenn du die Straße entlang gehst und du hast ihn noch nicht entdeckt, hörst du ihn, kill your charm. Du weißt schon so, oh, irgendwo ist dieser Irre wieder. Ähm. Also fand ich sehr lustig, aber, äh, was ich halt nicht so mag, das ist ja auch, glaub ich, bei Yakuza Zero, wenn ich mich, wenn ich mich recht erinnere, ähm, dass du halt auch so vier verschiedene Kampfstile hast für verschiedene Situationen und die skillst du alle auch einzeln. Okay. Und das hat mich ein bisschen genervt. Ich hab eigentlich, ich hab dann den Brawler-Stil hatte ich komplett durchgeskillt und hab das meiste, wenn's irgendwie ging, da mitgemacht. Weil, weil das andere hat mich ein bisschen genervt dann. Ähm, da es da halt auch noch nicht so viele Nebenaktivitäten gibt, wie bei späteren Yakuzas. Ähm, und weil ich halt so einen Spaß damit hatte, auch wenn mich ein paar Sachen genervt haben, hab ich direkt im Anschluss mit Yakuza Kiwami 2 angefangen. Bin da jetzt mittendrin. Und ich hab so einen Riesenspaß mit diesem Spiel. Das ist unglaublich, ne? Ich liebe das. Da sind auch Sachen drin, so, so, ja, Steuerung, ein bisschen hakelig und, und sowas. Äh, und etliche Dialoge auch nicht vertont und so. Aber das ist verdammt gut. Also, das Kampfsystem macht mir mehr Spaß, weil du hast jetzt nur einen Kampfstil, den du skillst und du verdienst. Äh, äh, Erfahrungspunkte anders und, und verteilst die dann und so, das ist, äh, das ist besser gemacht. Und du hast viel mehr Nebenmissionen auch. Unfassbar bekloppt sind. Dann, äh, dann triffst du irgendwie auf so einen reichen Typen, der die ganze Zeit am Protzen ist. Und, äh, das ist so eine Questreihe. Und das letzte Mal, wenn du ihn triffst, ist er halt ein Penner, weil er alles verloren hat. Und, 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 und er bettelt dich an. Äh, und, und du bist ja dann so, das ist ja das Lustige dann immer. Die wissen genau, dass sie Schwachsinn machen. Dieser Yakuza, den man da steuert, der ist immer so die moralische Instanz da noch. Der, der dann den Leuten Vorträge hält, wie sie sich zu verhalten haben. Und dann so, ja, das bist du selbst schuld. Du warst habgierig. Doch hier, ich gebe dir, äh, 10.000 Yen. Äh, äh, weil du mir ja auch mal geholfen hast. Und, äh, versuche jetzt nicht wie, nicht wieder so gierig zu sein. Und was nicht alles, ne? Oder, äh, man trifft auf, auf einen, äh, einen Fotografen, der, der nur im String rumläuft. Und für den man dann irgendwelche komischen Posen machen soll. Bis dann rauskommt, dass er überhaupt nicht so ein Starfotograf ist, sondern einfach nur ein Perverser. Äh, und all so ein Scheiß. Und jetzt mittlerweile, äh, äh, manage ich, äh, einen Hostessenclub tatsächlich. Und das macht verdammt viel Spaß. Naja. Das klingt alles wir, ich weiß. Nee, gar nicht, gar nicht. Aber das ist voll gut. Ich kann Hostessen rekrutieren und die aufleveln, damit sie die Kunden besser befriedigen. Und du musst dann halt auch immer sehen, dass die Kunden eine Frau zugeteilt bekommen. Und manchmal wirst du dann gerufen und dann geben die dir irgendwelche Handzeichen. Die musst du dann richtig deuten, dass du irgendwas bringst. Äh, irgendwie ein Handtuch oder was auch immer. Und, ach Gott, es ist einfach so dumm. Aber es macht schon sehr viel Spaß. Und, äh, es ist jetzt, es ist ja noch ein zweiter Schauplatz dabei. Da ist mein Osaka unterwegs. Äh, äh, ja, das Kampfsystem ist cool. Die Story, äh, ist halt wieder, äh, selbst super ernstes Gangster-Drama. Etliche Leute betrügen sich. Und, äh, jetzt der große Krieg der verschiedenen, der beiden Yakuza-Clans und was auch, was nicht alles. Aber es ist schon echt schön. Es ist blöd, aber es ist echt schön. Ich bin da sehr drin versunken und, ähm, also ich werde jetzt erstmal Kiwami 2 durchspielen. Und dann, dann mache ich, glaube ich, erstmal einfach auch, ähm, um geistig halbwegs gesund zu bleiben, mache ich dann erstmal nochmal eine kurze Pause mit der Reihe, bis ich dann, bis ich dann weiterspiele. Nein, 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 nein. Drifte ruhig weiter ab in den völligen Wahnsinn. Durch, ich glaube, das, äh, das wäre nicht gut für uns. Alle in der Redaktion wäre, wäre das nicht gut, wenn ich auf einmal so voll aufgehe und, und nur noch in dieser Yakuza-Welt lebe, geistig. Ich find's lustig. Es ist, es ist jetzt schon so, dass ich tatsächlich immer, wenn ich arbeite, denke so, ah ja, nur noch irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden, dann kann ich wieder Yakuza weiterspielen. Und ich hatte ja jetzt ein langes Wochenende, äh, vier Tage, weil ich noch Ausgleich hatte. Und ich hab nur Yakuza gespielt. Ja gut. Wenn's Spaß macht, mein Gott. Ja, ja, klar. Ähm, manchmal schämt man sich halt ein bisschen tatsächlich dafür, weil es so unfassbar, unfassbar dumm ist, aber es ist halt cool. Und tatsächlich, also, das ist nicht dieses Peinliche, was einige Japano-Spiele an sich haben, dass sie das tatsächlich ernst meinen, sondern du merkst halt wirklich, die Entwickler wissen, ähm, was sie da teilweise für ein Trash produzieren und inszenieren das auch dementsprechend. Ja. Das, äh, das ist sehr, sehr schön. Und, äh, äh, ich kann's... Natürlich wissen die das, die sind ja auch nicht doof. Ja, aber wie gesagt, du hast halt viele Japano-Spiele, die präsentieren dir da einen Superquatsch als Story und die nehmen das vollkommen ernst. Die versuchen da dann noch irgendwelche irgendwie reinzubringen, das ist ja voller Metaphern für was auch immer steckt, aber, äh, es ist eigentlich nur, nur Blödsinn. Ja, die sind dann vielleicht doof. Die sagen halt, äh, hier, guck dir unseren Blödsinn an, du hast, du hast ne, ey, du hast hier ne ernste Gangster-Story, die ist echt cool, aber jetzt geh mal in die Nebenmission rein, äh, äh, da, äh, präsentieren wir dir einen perversen Fotografen, der nur im String rumläuft. Ja. Aus dem Leben gegriffen. Ja, also, ach, es ist schön, es ist schön. Ich kann jedem nur empfehlen, mal einen Yakuza-Teil auszuprobieren, zumindest, auch wenn man vielleicht nach fünf Minuten sagt, was für ne Scheiße, aber, äh, man sollte sie mal spielen. Ja. Ich würde sagen, äh, das war's, oder? Sascha? Ja. Hast du noch irgendwas gespielt? Ich hab ja gerade schon gesagt, sonst ist eigentlich nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir... Ich hab nochmal Mega-Aquarium ein bisschen gespielt, aber, äh. Ja, das trifft es. Ähm. Ich hab ein Aquarium auf, ein Groß-Aquarium. Es gibt mittlerweile sehr viel im Workshop mit zusätzlichen Fischen und Tanks und so. Ist lustig. Ja, das richtige Spiel für Troy McClure. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz in die... Oder vielmehr, wir packen jetzt noch jeder einen Song auf die Liste und dann gehen wir in die Werbung. Nochmal jeder einen Song auf die Liste? Ja. Dann, dann nehme ich... Ich hab jetzt zweimal nichts von dem Spiel genommen, dann nehm ich jetzt mal wieder was aus dem Spiel. Und dann... Was nehmen wir davon? Äh. Wheels of Steel von Saxon. Okay, aus welchem Spiel ist es? Äh, das ist... Ich kann auch aus Crucial Legends sein. Das arbeitest du auch ab, ne? Ja, ja, klar. Okay. Ich hab noch, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Songs dann aus Crucial Legends noch. Ja, ich kann mich grad... Und es sind auch ungefähr 15 weitere, die ich mir noch so aufgeschrieben hab, weil ich's einfach gut find. Ich kann mich grad nicht entscheiden, was ich nehm. Ich will noch ein weiteres Tony Hawk... äh, einen weiteren Tony Hawk-Song draufpacken. Aber ich kann mich, ich kann mich nicht entscheiden. Hm. Ähm. Zweien. Wem noch was von Rage against the Machine? Nee. Nee, äh. Also, ähm, wir haben jetzt heute den, den 15. Mai und wir werden ausgestaltet am 18. Das passt da nicht ganz, aber ich packe von, von Legwagon, äh, May 16 drauf. Okay. Ja. Ja, ich glaub, das nehm ich. Dann, dann packe ich die Dead Kennedys irgendwann anders drauf. Auch aus dem Soundtrack von Tony Hawk's Pro Skater 2. Yay. Gut. Dann, äh, machen wir noch mal kurz Werbung. Tschüss. 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 Da sind wir wieder. Oder? Sascha? Sascha? Ja, natürlich sind wir da wieder. Ja? Bist du noch da? Nee. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Bin direkt zum Laden gefahren, um das gerade zu kaufen schnell. Ach so, ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Äh, ja, kommen wir doch zur Community. Übrigens eine sehr gute Serie, falls ich das noch nie erwähnt habe. Nee, noch nie, noch nie. Das hab ich, äh, fast durchgeguckt wieder. Community. 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 Ja, Community. Community. Fang doch mal an, äh, vorzulesen, Sascha. Mit dem, mit dem Torben, der hat uns... An der Welt geschrieben. Ja, am, ja, am 20. April, glaub ich schon. Und ich hab's tatsächlich, ich hab's einfach vergessen. Das, das tut mir ganz furchtbar leid, Torben, aber, äh, es fällt nicht unter den Tisch, auch wenn ich blöd bin. Deshalb lesen wir's jetzt vor. Okay. Ja. Moin Sascha, moin Christian. Habe aufgrund der aktuellen Situation endlich Zeit gefunden, mich mit meinen Lieblingsmedien auseinander zu setzen. Anscheinend hat die Corona-Krise auch ihre guten Seiten. Jedenfalls war ich langjähriger Hörer des PC-Games-Podcasts und bin gerade wieder in den Play 4-Podcast eingestiegen. Sehr gut. Meine PlayStation steht seit einigen Monaten verwaist im Wohnzimmer. Dafür hab ich es mir mit meinem PC in der zum Homeoffice umfunktionierten Man Cave gemütlich gemacht. Hey, wie bei mir. Außer das mit der verwaisten PlayStation, das ist nicht so. Aber ja. Zur Ausstattung des Feinherren gehört auch die gepflegte Lektüre und da schließt sich der Kreis. Egal, ich wollte euch nur mitteilen, dass ich seit gestern Abonnent der PC-Games bin, euch in diesen interessanten Zeiten alles Gute wünschen und für eure Arbeit danken. Ihr habt recht, es gibt vermutlich gerade Wichtigeres, aber ganz vergessen sollte man unser schönes Hobby und eure Berufung dann aber doch nicht. Er hat uns dabei auch ein Bild von seinem Zockerraum geschickt, wo auch, wenn mich nicht alles täuscht, Schalke-Schal zu sehen war. Deshalb hab ich es ganz schnell wieder zugemacht. Aber lieb von dir, Torben. Ja, schreibt uns auch ruhig, was ihr so zockt in dieser Zeit. Zockt ihr mehr, zockt ihr eher weniger, weil euch nicht der Sinn nachsteht. Ja, und dass er den Play-Podcast hört, aber PC-Spiel kann ich auch gut nachvollziehen, weil in dem Sinne, Multi-Plattform ist ja eh fast alles. Ja, das stimmt. Ja, äh, ähm, machen wir weiter mit Rolf Ronaldo, der schreibt auf YouTube, Moin, Servus, Moin. Hallo. Ja, cool. Hallo, Rolf. Ich wollt's einfach mal mit rein. Das ist sehr schön. Aber dafür mach ich direkt, äh, noch OG Lord Cool auf YouTube mit. Der fragt, wie heißt Sebastian Stanges Podcast? Was musst du wissen? Äh, äh, Auffallenbier. Oder? Stimmt. Ja, ja, ja. Hab ich nämlich auch schon wieder vergessen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die Podcasts selber so heißen, aber so heißt die Obermarke, glaub ich, zumindest. Wie wahrscheinlich sind neue Teile von Tomb Raider, Uncharted und Ratchet & Clank? Äh, Uncharted muss man halt mal gucken, ob da nochmal ein Ableger kommt. Ich könnte's mir vorstellen. Ähm, von den nächsten beiden wird's, äh, von den anderen beiden wird's auf jeden Fall nächste Teile geben. Eigentlich zur neuen Konsolen-Generation dann. Ich bin mir super sicher, dass es von allen neue Teile geben wird. Ja, Uncharted ist halt das am wenigsten sichere, sagen wir's mal so. Aber, ja. Ja, ja gut, Ratchet & Clank, hm, keine Ahnung. Och, ich denk schon, dass da nochmal ein Ableger kommt. Hat sich ja eigentlich ordentlich verkauft. Ja, eben. Da müsste was Neues kommen, Mann. Allerdings ist Insomniac, die ja quasi das Spiel dann wieder auf die richtige Bahn gebracht haben, vermutlich dann auch beschäftigt mit Spider-Man. Mal gucken, ob das dann wieder jemand anderes macht. PlayStation baut die Marke ja immer weiter aus und sucht neue Studios und so. Vielleicht kommt's ja auch von einem anderen Studio, mal gucken. Uncharted, äh, bin ich mir sicher, dass da irgendwann ein Neues kommt. Ob's jetzt mit Nathan Drake wieder ist oder ein Spin-Off wie Lost Legacy, ähm, das sei mal dahingestellt. Aber selbst wenn's nicht von Naughty Dog ist, bin ich mir da sehr sicher, dass ein neues Uncharted kommt. Und Tomb Raider, auf jeden Fall. Ja, eben. Vielleicht ziehen sie da nochmal irgendwie die Bremse und sagen, ja, äh, ist jetzt, ist jetzt gut, äh, mit, oh, war das letzte von Crystal Dynamics noch? Ich weiß es jetzt grad gar nicht. Äh, müsste. Eigentlich schon, oder? Müsste eigentlich schon, ja. Denn die machen ja auch, ähm, ähm, hier Avengers. Hat mich alles täuscht? Ja. Und, nee, das, das wir da jetzt, das ist das letzte gar nicht mehr von denen. Nee, ist von Eidos Montreal gewesen. Eidos Montreal, siehste? Äh, äh, aber das war ja so in der Machart von Crystal Dynamics. Sie darf vielleicht nochmal sagen, okay, wir, wir, wir packen die Serie nochmal ein bisschen anders an oder so. Das könnte ich mir vorstellen, aber dass ein neuer Teil kommt, äh, das ist, glaub ich, sehr sicher. Ja. Geh ich auch fest davon aus. OG Lord Cool fragt weiter und angenommen von allen wird es neue Spiele geben. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Spiele einen Online-Multiplayer haben werden? Äh, äh, hat Ratchet & Clank einen Online-Multiplayer? Nee. Nee, ne? Es gab mal einen Teil, der war hauptsächlich Multiplayer-mäßig. Also, ich glaube Ratchet & Clank nicht. Die anderen beiden werden wieder einen haben, die völlig überflüssig sind. Ja. Ja, ja, vermutlich. Obwohl der Uncharted-Multiplayer ist hier relativ beliebt, tatsächlich. Ja, der von Tomb Raider war ja auch nicht scheiße, aber ich, gefühlt, braucht es doch niemand. Das sind Singleplayer-Spiele für mich. Ja, sehe ich auch so. Aber ja, gut. Es wird dabei sein, wer Spaß dran hatte. Obwohl, ich glaube, Lost Legacy hatte keinen Multiplayer. Nee. Das bin auch. Also, da kommt es halt so, ich würde sagen, Tomb Raider... Obwohl wir das gesetzt. Tomb Raider will wir dann haben, glaube ich. Hatten die letzten? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, das... Das erste, der Reboot auf jeden Fall. Aber ich glaube, danach die beiden nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Wird im Remake schon so völlig belanglos und langweilig, dass ich es nie gespielt habe. Glaube nicht. Ja, Uncharted kommt es halt darauf an, ob Spin-Off oder Hauptteil, würde ich mal sagen. Ratchet & Clank... Ich kann mir aber vorstellen, dass bei Tomb Raider und Uncharted einer dabei ist. Ja. Ratchet & Clank könnten wir das eigentlich auch machen, aber... Ich glaube nicht, dass da dann einer dabei ist. Das glaube ich auch nicht. Ja. Kommen wir zum nächsten. Äh... Mach du das mal ruhig. Okay. Axel über YouTube, mal wieder. Ähm... Diesmal bitte mich nicht cybermobbeln. Ich nehme an, er meint mobben. Kann gut sein. Oder moppeln. Cybermoppeln. Das ist, wenn man so in Speck reingreift und so... Näääääää. Übers Internet in den Speck reingegriffen, ne? Ja. Mhmm. Naja. Grüße an einen Facebook-Boy, der auch Fan von Stange ist. Ja, okay, Grüße. Ist eure Werbung random? Wisst ihr nie, welche abgespielt wird? Ne, wissen wir nicht. Deswegen machen wir immer diese wunderschönen Pausen. Es ist auch lustig, weil Es hat sich, glaube ich, schon mal jemand gemeldet Auf manchen Plattformen wird nicht mal Werbung eingespielt An der Stelle Da machen wir einfach nur eine Pause Da machen wir einfach nur eine Pause Also Aber ja, wir wissen nie, was da kommt Das läuft über den Vermarkter Vierte Frage Ist Wolfgang oft auf R34 unterwegs? Ich habe keine Ahnung, was das ist Okay, dann sage ich einfach mal ja Ich gehe davon aus Irgendein Pornoportal oder sowas Ich habe keine Ahnung Erfchen, ja, weiß ich nicht Wiederholen wir es nicht so oft Nee, 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 Google ist vielleicht besser nicht Unsere Meinung zur Videospiel-Speedrunner-Szene Manchmal gucke ich das ganz gerne, aber Ich habe da jetzt keinen wirklichen Kontakt zur Szene Oder bin da nicht drin oder sowas Ja, also Ich habe überhaupt nichts dagegen Ich kann mich aber damit selbst nicht identifizieren Muss ich sagen Ja, ich würde auch nie selber einen machen wollen Nee, nee Dafür bin ich viel zu gemächlicher Zocker Ich will das Spiel halt irgendwie genießen Sodass ich Spaß daran habe Und ich ziehe meinen Spaß nicht daraus Da einfach durchzuheizen Nee, ich erkunde eher Alles bis in die letzte Scheiß-Ecke Ja Aber ja, manchmal gucke ich mir das schon gerne an Es gibt sehr viele lustige Gerade wenn es so in die glitchige Ecke geht Wo es dann Ja, glitches Wo die Spiele einfach kaputt sind Von den Leuten Es gibt einen sehr schönen Speedrun vom ersten Portal Der ist einfach Der fängt relativ harmlos an Also er ist natürlich sehr schnell Und setzt die Portale sehr schnell Und flitzt da durch Dass man sich schon öfter denkt So, wow, wow, okay Da hätte ich jetzt nicht die Übersicht für gehabt Aber so nach drei Minuten ist es dann einfach kaputt Es ist einfach kaputt Er springt durch Wände durch Und glitscht durch Räume Ja, also so Glitches dann anschauen Ist okay Aber so normale Speedruns Ich gucke halt allgemein einfach Nicht gerne wildfremden Leuten beim Zocken zu Da habe ich keinen Bezug zu Also ich weiß zum Beispiel Hier Kollegin Kata und ihr Mann Gucken sehr gerne hier Wie heißt sie? Games done quick oder was? Ja Wenn das ist Und ich war mal bei denen Und hier Ex-Kollege Marco war noch da Mit seiner Freundin Und die haben es angemacht Und waren teilweise voll gefesselt davon Und ich dachte mir so Ja, jetzt können wir mal was anderes machen Ja Es ist einfach nicht so ganz meins Ja, meins ist auch nicht so hundertprozentig Ich muss auch sagen Ich habe aber trotzdem großen Respekt dazu Halt einfach Sich so mit einem Spiel auseinanderzusetzen Dass man das wirklich auseinander nimmt Und da so durchrushen kann Ist halt einfach nur nicht meine Art vom Spiel Ne, meins auch nicht Aber ansonsten Cool, dass es das gibt Für die Leute, die es mögen Ja Und vor allem auch cool Dass dann eben diese Speedrun-Aktionen auch Genau So viel Geld für gute Zwecke einbringen Das ist aller Ehren wert Von daher Weitermachen Äh, Chris soll mal Sechste Frage Sechster Sechster Kommentar Chris soll mal ein Vollbart-Foto zeigen Das würde mich sehr tangieren Guck in unser Danke-Video Im YouTube-Kanal Da 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 ist Ist noch weniger Ja Bart vorhanden Als jetzt Aber Nein Ich zeig nicht Irgendwelche Weirdos im Internet Oder Fotos von mir Zeig mal seinen Bart Das wird mich sehr tangieren Sorry Sorry Schick mal ein Beard-Pick Und jetzt schreibt noch Ein YouTube-Abonnent von euch Cybermobbelt mich Sagt ihm, er soll aufhören Ja, lass das Hallo, ein YouTube-Abonnent Lass das Ne, ich weiß nicht, wen er meint Keine Ahnung Aber ja Falls er wirklich mobbt Ist blöd Ja, aber glaube ich nicht Also ich glaube Der Herr Axel Ist Und das meine ich jetzt gar nicht böse Sondern eher positiv Eher ein kleiner Spinner Und Macht sich Spaß draus mit seinen Kommentaren Die sind ganz ernst gemeint Meinst du? Ja Ich hoffe es Ich hoffe es Sehr Dann lese mal den Claude vor Claude Auch auf YouTube Ja Hallo ihr beiden Ich wollte euch jetzt auch mal loben Bin ja jetzt schon lange Zeit dabei Und muss sagen Ihr seid mittlerweile mein Lieblings-Podcast geworden Keine Ahnung wieso Wissen wir auch nicht Also echt keiner Keine Ahnung Nee, keine Ahnung Aber es lässt sich einfach gut an Oder beziehungsweise zuhören Nur schade, dass es nur alle zwei Wochen ist Liebe Grüße aus Luxemburg Und macht weiter so Keine Ahnung warum Vielen Dank für das Lob Lieber Claude Ja Alle zwei Wochen Ich bin tatsächlich immer am rumüberlegen Ob man es irgendwie auf wöchentlich machen kann Aber das ist zeitlich echt scheiße Bei uns beiden Ja Also ich kriege es definitiv nicht hin Jede Woche Nee Und da wir auch noch andere Podcasts haben Und Dann Wir dann wahrscheinlich mehr ausweichen müssten Dass dann Mal Sascha mit jemand anderem Oder ich mit jemand anderem podcaste Da sieht es halt auch nicht so gut aus Dass die Leute immer Zeit haben Gerade da 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 wir ja auch mit dem Games aktuell Podcast Auch einen Podcast haben Der nur einen Festen Mann quasi hat Mit Matthias Und sonst halt Auf Gästen basiert Man will sich ja auch nicht gegenseitig Leute wegnehmen Und die zeichnen Am Austragungstag Meistens auf Eben am Freitag Und wir Zeichnen sehr oft Eben auch am Freitag auf Obwohl wir Am Montag Dann den Podcast live stellen Weil wir montags Sehr oft keine Zeit haben Leider Ja Zu podcasten Weil wir dann schon in Heftproduktion Oder sonst was drin sind Ja Bei mir ist das so Ich hab drei Heftproduktionen im Monat Ähm Ja Das ist halt Meistens Anfang der Woche Und nicht Ende der Woche Ja und bei mir ist halt Deswegen dann jede Woche Das wäre halt Puh Naja Bei mir ist es sehr oft blöd Weil dann irgendwie Embargos fallen Und es muss noch Ein Artikel Oder ein Video Oder was auch immer Fertig werden Ja das fällt auch sehr oft Im Montag Das stimmt Ja Schwierig ja Ja Mal gucken Vielleicht irgendwann mal Wenn wir es hinkriegen Irgendwie Dann machen wir es auch wöchentlich Aber Ich sag mal so Dafür Geht unser Podcast Auch immer sehr lang Das stimmt Wir machen fast immer zwei Stunden Fast Mittlerweile ja Mittlerweile ja Gut Wir verzetteln uns auch Und Ja Schweifen sehr weit ab Ja Keine Ahnung wieso Aber das lässt sich auch gut anhören Wir sind jetzt auch schon wieder fast zwei Stunden oder? Ähm Moment Der GR Podcast hat hier in den Channels alles zu Na toll Ja 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 Noch so So knappe zehn Minuten Dann haben wir die zwei Stunden glaube ich Ja es kommen Oh es kommen noch einige Alter Es kommen noch einige Fragen Ja das kriegen wir hin diesmal Ja Lass mal weitermachen Sonst sind wir bei drei Stunden gleich Ja Computer sagt nein Hat auch auf YouTube kommentiert Ähm Hallo Sascha und Chris Dankeschön für den wirklich gelungenen Podcast Und die vielen Informationen Hier meine Anregungen und Fragungen zum nächsten Podcast Fragungen Anregungen und Fragungen Meine Anregen und Fragungen Ja Äh Ich möchte nochmal ganz kurz zu dem Lied Weil Halleluja von Nano of Steel Schreiben Dass ich dieses Lied für die humorvollste und kreativste Musik Wie die der letzten fünf Jahre altet Könnt ihr jeweils ein Lied und ein Video dazu benennen Das Lieder der letzten fünf Jahre in den Schatten stellt Ah Achso wir sollen jetzt humorvolle oder was sagen Also Nano of Steel kenne ich auch Werde ich nicht mit warm Ist mir zu klamaukig Und Ich glaube allgemein einfach ein Lied Äh Plus Video Was Lieder der letzten fünf Jahre in den Schatten stellt Ich würde es jetzt nicht auf humorvoll beziehen Okay Einfach allgemein Weißt du da eins? Äh Belzebubs Black and Call Fand ich sehr lustig Okay dann schick mir das mal Wenn das auf Spotify ist Dann packe ich das auch noch auf die Liste Ja Moment Das hatte ich mir eh auf die Liste gepackt Ich hatte mir ein anderes Lied dazu gepackt Da ähm Ja ist drin Äh Da muss man dazu sagen Das ist halt musikalisch eigentlich Ähm Relativ Ja relativ ernste Musik Also Nicht irgendwie klamaukig oder so Das ist so ein Melodic Death Metal Ein bisschen Black drin Ähm Es ist aber so Fünf Jahren oder allgemein Fünf Jahren oder allgemein Das ist letztes Jahr gewesen Tatsächlich Ja mit fünf Jahren Das ist schwierig Aber Aber ich beziehe es jetzt nicht auf Humor Sondern einfach allgemein Was ich extrem geil finde So als Lied und Video Was ich aber kurz noch dazu sagen Okay Das Video war eben super lustig Also Es ist ein ernsthaftes Musikstück Aber die Videos sind halt Ähm Ziemlich alberner Comic mäßig Also es ist so ein bisschen Kontrast Aber ganz cool eigentlich Okay ich bin gespannt Packen wir auch noch auf die Spotify List Ich glaube ich musikalisch nicht so unbedingt Aber wir packen es dazu Dann 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 haben wir heute wieder einige Songs draufgepacken Ja Äh Ich nehme Ähm Dann Dann packe ich Map Change von Every Time I Die drauf Äh Also ich finde ein grandioser Ähm Ähm Song ist Sehr toll geschrieben Ähm Sehr Ähm Ja Funktioniert auf verschiedenen Ebenen Das Video fängt Großartig So diese Ähm Äh Ja Diese Trostlosigkeit Einer amerikanischen Kleinstadt kann man nicht sagen Mit Buffalo Aber Aber diese Dieser 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 Kleinstadthaftigkeit Fängt es einfach sehr gut ein Und Und Diese Abgeschlagenheit Das ist ja auch eher so ein Sozialer Brennpunkt Ähm Und sie haben da verschiedene Szenen und Leute Eben aus Buffalo Gefilmt Und Ja Ähm Äh Harz aber herzlich Ne Ja Ne Tolles Video Toller Song Packen wir auch noch drauf Ja Dann ist die Liste auch wieder gewachsen Und dann kriegen wir hier noch mehr Abonnenten Ja Bam Bam Ja Denkt dran Äh Debil und Durstig In Klammern Play Podcast Auf Spotify Die Äh Playlist ist auch dann Nochmal unter Äh Ja Unter dem Post Verlinkt Genau Das ihr da drauf findet Genau Gut Er hat noch eine zweite Frage Ähm Da will ich mich hier Sehr kurz halten Weil ich die eigentlich nicht beantworten möchte Äh Welche Top 5 Foren-User sind euch die letzten 10 Jahre besonders ans Herz gewachsen Und warum Ich spiele nicht mit Da es mein Stange-Fan-Club-Account ja nicht mehr gibt Beste Grüße und bis bald Äh Ja Das ist Da werde ich jetzt nicht anfangen Irgendwie einzelne User rauszustellen Es gibt Wir haben viele Foren-User Oder Facebook-User auch Die uns seit vielen, vielen Jahren treu sind Die immer fleißig kommentieren Äh Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht irgendwie Wen rauspicken Oder Eine Reihenfolge sogar benennen Das ist Ne Man freut sich eigentlich immer Immer über coole Kommentare einfach von den Leuten Ja Ob es jetzt Konstruktive Kritik ist Wo du merkst einfach Da hat sich jemand Gedanken drum gemacht Und auch wirklich zugehört Oder möchte Eine richtige Diskussion suchen Und nicht einfach nur rumpumpen Oder Oder auch einfach irgendwelche Vorschläge Um Podcast oder was auch immer noch cooler zu machen Ja Oder auch einfach irgendwelche Witze Ähm Das kann man so nicht benennen Vor allem auch nicht in der Reihenfolge Ich denke mal Klar Es sind so übliche Verdächtige Die immer wieder auftauchen Ein Felgener Oder Ein Super Mario Ein Zockerfreak Oder so Die bei jedem Podcast quasi was schreiben Fallen einem da ein Aber es sind halt so viele andere Auch jetzt Aus dem letzten Podcast Der Der Ian Der über Facebook geschrieben hatte Der glaube ich vorher nicht so regelmäßig kommentiert hatte Wo man aber Aber auch merkt Er hat zugehört Und man freut sich Dass er Halt eine Filmempfehlung Cool fand Die er gehört hat Oder sowas Sowas ist immer cool Und da ist es dann auch Klar hast du Hast du die Leute Die schon lange dabei sind Die man So Quasi kennt In Anführungszeichen Aber es ist genauso cool Wenn du merkst Kommen neue Leute dabei Und die versuchen sich In irgendeiner Weise Halt cool zu engagieren Einfach Ja Ja Wir haben euch alle lieb Solange ihr nicht scheiße seid Haben wir euch lieb Ja Ähm Gut Dann Grüti Aus dem Forum Grüti Ähm Sein erster Beitrag Tatsächlich Er schreibt Bitte macht eine Spoiler-Folge Mit Kata Und irgendwem Der auch die Spoiler kennt Zu The Last of Us 2 Naja Also Jetzt können wir auch noch Jetzt können wir auch noch Die nächsten Die letzten Vier Wochen warten Und dann reden wir Über das Spiel Ja Ich glaube Das ist ein besserer Kompromiss Oder Ja Wenn das Spiel da ist Wir machen Wir werden wahrscheinlich Sowieso irgendwie drauf eingehen Ja Keine Ahnung Wer es testet Äh Vielleicht können wir Kann der Tester Anfang schon was dazu sagen Und dann warten wir mal ein bisschen ab Dann haben Mal schauen Ich werde glaube ich Keine Zeit für haben Aber ich habe halt Den ersten getestet Mal gucken Ja gucken wir mal Ich glaube Äh Da gibt es genug Leute Ich kann sagen Da werden sich einige finden Die das machen wollen Ich denke mal Äh Lukas Äh Matthias Dammes Oder ich Könnten es alle machen Ähm Auf jeden Fall Falls der Tester da ist Kann er was zu sagen Und dann hinterher Wenn auch Wenn wir beide Das gespielt haben Dann ist wahrscheinlich Auch ein bisschen Zeit vergangen Ähm Dann habt ihr das wahrscheinlich Auch schon gespielt Dann können wir tatsächlich Vielleicht auch einfach mal Eine Spoiler-Folge machen Wo wir richtig Auf das Spiel eingehen Und auch Sachen Aus dem späteren Spielverlauf Oder Storyverlauf besprechen Ja Muss dann ja auch nicht unbedingt Ein Zwei-Stunden-Podcast-Monster sein Sondern vielleicht einfach mal So ein 20-30-Minuten-Ding Ja Äh Das wir dann Als Special quasi Nochmal dazu machen Aber da gucken wir dann einfach mal Ja Vielleicht gibt es ja auch gar nicht So viel zu sagen Weil es cool ist Und ähm Ja Kann auch sein Und Katta einfach Keinen Geschmack hat Dass sie Unbedingt darüber reden wollte Weil irgendwas scheiße Oder lustig Oder was auch immer Ich fand sie so besonders cool Und wollte darüber reden Wer weiß es nicht Ja Wer weiß Keine Ahnung Naja Äh Schauen wir mal Ja Achso ich soll lesen Äh Mir egal Äh Der Zockerfreak Hat im Forum geschrieben Tach Playteam Äh Die erste Frage ist sehr gut Äh Erstens Chris du kennst dich doch aus Was ist aus Tales of Arise Für PS4 geworden Seit der E3 2019 Hat man nichts mehr Von dem JRPG gehört Was ist da denn los Äh Ja Das Ja sag mal Äh Das Wurde Da wurde quasi Die Entwicklung Über einen Haufen geworfen Das heißt jetzt Tales of Buried Äh Alles was bisher Daran entwickelt wurde Wurde ganz ganz tief vergraben Und wird nie wieder Zum Vorschein kommen Naja E.T. ist auch wieder gekommen Also Ja nee Keine Ahnung Ich muss ganz ehrlich sagen Ich kenne den Titel Tales of Arise Aber Was das genau ist Kein Plan Ist das ein Tales of Spiel Also Tales of Berseria und so weiter Wahrscheinlich ne Kann gut sein du Äh Ich Bin da in dieser Dieser Weirdo Sparte Nicht so drin Naja Keine Ahnung Ich Ich mach lieber Hostessenclubs In Yakuza Ja Äh ja Äh Sorry Zockerfreak Aber wenn was Neues Zu Tales of Arise Äh Irgendwie bekannt wird Dann liest du das natürlich In der Play 4 Oder auf pcgames.de Ja Ja Zwar nicht von uns geschrieben Weil wir haben Besseres zu tun Ja Aber irgendeiner Irgendein Praktikant Wird sich schon finden Ja Der das machen muss Ja Ähm Zweitens Wird nach Last of Us Part 2 Und Ghost of Tsushima Für Sony Spiele Auf der PS4 Schicht im Schacht sein Oder werden die ersten PS5 Titel Von den Sony Studios Auch noch für die alte Generation erscheinen Nope Ich mach's kurz Da kommt nix mehr Ja Es sei denn Sie haben irgendein Indie Stadion Sowas wie Resogun Damals Hm Von irgendeinem kleinen Studio Was intern was macht Da könnte ich mir vorstellen Dass sie's vielleicht Noch auf die PS4 packen Ja Was halt kein Systemseller ist Nix 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 Was Triple A Oder auch nur Double A Ist Wird noch für PS4 erscheinen Von Sony Ja Geh ich Es wird halt auch Keinen Sinn ergeben Nee Du willst ja die Leute Auch mit Gewalt quasi Zur neuen Konsolengeneration ziehen Ja natürlich Du willst sie rüberziehen Und Du musst halt Ein gewisses Maß finden Aus Äh Die alte Konsole Ist nix mehr wert Und Ja Kauft aber schon noch Ein bisschen was Für die alte Konsole Falls ihr euch die neue Noch nicht geholt habt Aber grundsätzlich Grundsätzlich Diese ganzen Systemseller Die großen Titel Die mit viel Budget Die mit Von großen Studios sind Die werden für PS5 kommen Ja Es ist halt Ich glaub Die Third Party Dinger Die eh in Entwicklung sind Ja klar Ein bisschen gestreut eben Aber Irgendein Third Party Ding Die werden beide Konsolen Noch mitnehmen Aber nix von Sony selbst Ne Ne Das wird ja auch nix bringen Also ich sag jetzt mal Ein Assassin's Creed Valhalla Wird noch für beide kommen Wie Black Flag Klar Ist ja auch glaube ich bestätigt Aber Sony wird sich ja auch Selbst ins Bein schießen Wenn sie quasi das Gefühl Vermitteln Ja ihr braucht die Konsole Noch gar nicht Ihr könnt die Spiele Alle noch Auf der PS4 zocken Ja eben Deswegen Äh gut Drittens Von Zockerfreak Derzeit machen Gerüchte Um ein neues Tony Hawk Die Runde Das noch dieses Jahr erscheinen soll Grund zur Freude Oder sollte man bei Interesse Schon mal sein Vorrat An hochprozentigem Alkohol aufstocken Edit Mittlerweile Wurde im Zuge Des Summer Games Gamefestes Remasters Von Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Bestätigt Ja Haben wir ja Schon drüber gesprochen Ja Wir sind vorsichtig optimistisch Ja Ich glaube das wird um einiges besser Als dieser Dieser Rotz Den Robomodo Uns da Angedreht hat Das denke ich auch Und Activision Hat auch glaube ich mitbekommen Dass Wenn sie mit der Marke Noch was machen wollen Dass sie da nicht einfach Irgendwas wieder hinschmeißen können Action Vision Ja Action Vision Und Jackie Der bekannte Musiker Äh Viertens Was denkt ihr es wahrscheinlicher Dass die Remasters Von Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Eric Getter Das war es noch Und EmNimNem EmNimNem Ja Was denkt ihr es wahrscheinlicher Dass die Remake Die Remakes von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Gute Spiele werden Oder dass ihr Grütti mit Last of Us Part 2 Voll spoilern werdet Beides wahrscheinlich Ja Aber noch wahrscheinlicher Ist es eigentlich Das Last of Us Tony Hawk Gut wie Echt Ich glaube es ist wahrscheinlich Dass wir ein Last of Us Podcast Werden machen Als dass man jetzt schon Absehen kann Ob das gute Spiele werden Ja Es sieht aber auch Zumindest schon mal Nach einem echten Tony Hawk aus Ja das stimmt Ob die Bewegung Und sowas Ah ja Man kann ja manchmal schon Einfach an Spielgeschehen Erkennen wie sich auch Was so steuern wird Also wir haben ja auch Gesagt hier Das 2K Battlegrounds Ding Das WWE Spiel Dass man schon Irgendwie an den Figuren In den Bewegungen Erkennen konnte Dass sich das Clunky steuern wird Und hier habe ich halt So das Ja So den Eindruck Dass das bei Tony Hawk Das Gegenteil Der Fall sein wird Hoffe ich Ja Aber beides wahrscheinlich Gut Dann mach du mal weiter Mit Falconer Aus dem Forum Ja Habe gerade Chris Corona Kolumne In der Play gelesen Seit der junge Mann Bartrick kommt er Schreiberisch mal richtig In Höchstform Sehr lustig Wie auch sein aktuelles 10 Dinge Blast Special Chris und Corona Das passt einfach Ich übersetze es mal Du warst halt Bisher echt scheiße Aber jetzt geht's Ich glaube so hat er Das nicht gemeint Ich verstehe es so So Du bist ja auch ein Arschlo So ein Podcast Äh Äh Abmahnung Zum Podcast Ich stehe auf euer Nerdgelaber Und könnte stundenlang zuhören Mach ich ja auch Hin und wieder ist es schlimm Nicht direkt reingrätschen zu können Auf der anderen Seite Gebt ihr mir auch regelmäßig Unterhaltsame Einblicke In Themen Die mich ansonsten Gar nicht jucken Chris Streets of Rage Ergüsse zum Beispiel Machen einfach gute Laune Selbst wenn man sich persönlich Beim Schäden von Kartoffeln Mehr amüsieren würde Als bei so einer Stupiden Arcade-Hauerei Hey Aber hey Aber hey Der Erfolg des Titels Zeigt, dass ich einfach Keine Ahnung habe Und nur neidisch Auf die Megaskills Von Hipster-Gamer Mit Basecap Und vorgebart bin Ich glaube er meint Wieder dich, oder? Ja Ich glaube Ich muss ihn mal verprügeln Also wenn er sich Das nächste Mal meldet Er ist in der Stadt Und will ein Bier trinken Ja Dann kriegt er das Glas An den Kopf Fingerakrobatik In Kombination Mit mehr als zwei Gamepad-Tasten Überfordert mich total Vergleichbar fühlen sich Wahrscheinlich Menschen Vom Niederrhein Wenn sie andere Über Geschlechtsverkehr Außerhalb von Bauernhöfen Und Tierstellen reden hören Alter Das ist zu weit weg Vom eigenen Leben Um es nachvollziehen zu können Das ist nicht Das, nee Außer man hast du Niederrhein geschrieben Und nicht Niedersachsen Was ist da los? Was ihr euch an Serien Und Filmen reinkloppt Ist echt übel Weißt gar nicht Welchen Tipp ich zuerst Folgen soll Trotzdem mal Zeithaft nachgefragt Bei der Neukonzeptionierung Des Podcasts Hattet ihr ursprünglich geplant Pro Sendung Ein Schwerpunktthema zu setzen Davon seid ihr nach wenigen Folgen wieder abgegründet Und hangelt euch Jetzt doch wieder hauptsächlich Am was gespielt Getestet gesehen Schema entlang Gewürzt mit ein paar News Ist nicht schlimm Und das Argument Vorbereitungsrecherche Aufwand zieht immer War aber auch irgendwie Damals schon absehbar Oder? Wir haben auch nicht gesagt Dass wir immer Ein Schwerpunktthema setzen Erstens das Zweitens gibt es gar nicht So viele Schwerpunktthemen Um sie setzen zu können Gerade Vor allem jetzt gerade Es passiert ja nichts Ja Man muss ja auch gucken Wenn man irgendwie Einen Rückblick Zu einer Spielereihe macht Man will ja auch irgendwie Einen Bezug haben Ob jetzt gerade Einer von uns Voll im Thema ist Weil er irgendwas Gemacht hat Oder Irgendwas Was Besonderes Rausgekommen ist Oder so Also es wird jetzt Irgendwie nichts bringen Zu sagen Wir machen jetzt Eine Sonderfolge Quasi Wo wir über die Castlevania Reihe reden So als Beispiel Ja Wenn Konami jetzt Ankündigt Neues Castlevania Dann ist das Was anderes Ja Erstens das Und wie gesagt Zweitens Momentan Passiert nichts In dieser Branche Leider Oder nicht Nicht viel Zumindest Messen sind abgesagt Alle Events sind abgesagt Neueinkündigungen Gibt es kaum welche Gut Assassin's Creed Valhalla war jetzt Mal was Großes Was neu angesagt wurde Ähm Momentan Ist das meiste Tatsächlich Tests Was wir machen Ja Und Ja Und 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 als wir Den Podcast Ein bisschen Neukonzeptioniert hatten Sah es auch noch Mit unserem Zeitmanagement Ein ganz kleines Bisschen anders aus Wenn ich mich Erinnere Das ist jetzt auch schon Eine ganze Zeit her Ja Es ist Eher noch mehr Dazugekommen Was wir Ja Leider Ja Äh Aber Naja Das heißt nicht Dass wir Dass wir Nicht ab und zu Mal irgendwie Was mit Schwerpunktmäßiges Machen werden Also ich hätte zum Beispiel Auch nochmal Bock Irgendwie Keine Ahnung Wir können gerne mal Einen Podcast machen Über 90er Jahre Actionfilme Oder sowas auch Ja gerne Ja Wird dann zwar auch Einige von unseren Unseren Leuten Die uns nur wegen Gaming hören Nicht interessieren Aber Ja Das ist dann halt so Kann man alles mal machen Ja Gut So Ja Es geht weiter Auf Chris Einstiegs Und zu Rambo Last Blood Musste ich unbedingt noch eingehen Ich bin ein unfassbarer Stallone Fan Wie andere Kids Sich in Star Wars verloren haben Ist es bei mir Rocky Würde jetzt zu weit führen Welche Ausmaße Das bei mir Angenommen hat Aber wenn ich sage Dass bei mir im Flur Ein beleuchteter Von Stallone Signierter Bildband Zu den Rocky Dreharbeiten Plus Faximile Das von ihm Handschriftlich verfassten Originaldrehbuch Aus dem Jahr 1975 Steht Sollte einiges klar sein Nerd Rocky Nerd Das ist halt so Was Naja Wenn ich also zu dem Ergebnis Komme Dass ich den letzten Rambo Film Huns miserabel fand Will das was heißen Das Schlimme ist Nicht so sehr Wie widerwärtig Unreflektiert Die Gewaltszenen sind Sondern vielmehr Dass der Figur Rambo Wirklich die allerletzte Seele geraubt wurde Das ist einfach so Furchtbar Unglaubwürdig Und schlecht Unfassbar Überlegt mal Wie Rambo begann Ein herausragendes Action Drama Mit tiefem Gesellschaftspolitischem Ansatz In der durch Vietnam Träumatisierten USA Klar wurde das Durch die Fortsetzung Schon komplett ausgehebelt Aber das waren Wenigstens ordentliche Bis geile Hirnauskracher Last Blood Ist einfach nur dämlich Voll schade Für ein Augenzwinkern Des Expendables 4 Wäre der Plot In Ordnung gewesen Aber Rambo basierte Immer auf mehr Als einfach nur Zynischer Gewalt Verzeih ist Stallone Noch diese Grütze Aber ich hab echt gehofft Dass es wie für Rocky Auch für Rambo Einen liebevollen Würdigen Abschluss gibt Das Gegenteil ist der Fall Den schlechten Rocky 5 Konnte Stallone mit Balbo Und wie ich finde Auch Creed Mehr als kompensieren Für Rambo Wird er das nicht mehr schaffen Extrem schade Da er Ja auf meine In Anführungszeichen Review eingeht Wo ich gesagt habe Ja ist okay Kann man gucken Ich würde ihm Eigentlich bei nichts Groß widersprechen Was er schreibt Ja Es ist nicht Dass ich Da irgendwie Einen Film Der es nicht verdient hat Hochlobe Ich bin glaube ich Ganz einfach Mit anderen Erwartungen Da drangegangen Oder einfach Aus einer anderen Lage Denn Was er da schreibt Dass Ich hatte schon Überhaupt keine Erwartungen An diesen Film Ja Weil ich Dieses schlechte Und Seele der Figur Geraubt Und Kein Ja Das 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 ist Das ist Nur zynische Gewalt Das hat Alles schon Irgendwie beim letzten Ja Da hat das für mich Schon alles kaputt gemacht Ich fand Rambo 3 Schon ziemlich scheiße Muss ich sagen Ja natürlich So genial Wie der erste Teil ist Und so Und John Rambo Fand ich wirklich So unfassbar kacke Dass Diese ganze Reihe Bei mir auf einmal In diese Also Bis auf den ersten Teil Ist bei mir in so einer Trash-Kategorie drin Ja Den vierten Also John Rambo Guck ich an Und Lach mich darüber kaputt Wie scheiße das ist Und wie Unmenschlich brutal Und Da ging es mir jetzt Bei Bei Last Blood nicht anders Und ich hab halt einfach Nicht erwartet Dass da noch Irgendwas mit dieser Figur Passiert Ich hab genau Das bekommen Was ich erwartet hatte Und dachte mir Ja Es ist okay In seiner Dummheit Und seiner Brutalität Irgendwie Kann man sich mal Irgendwie so angucken Aber Ich bring das eh nicht mehr Mit First Blood in Verbindung Irgendwie Das ist was komplett anderes Nee eben Also ich Ich seh's auch so First Blood ist halt Wie er schon sagt Ein richtig gutes Drama Eigentlich Ja Mit sehr viel Gesellschaftskritik drin Ähm Was halt den Umgang Der USA mit Vietnam Veteranen angeht Die halt Wie Schmutz behandelt wurden Nachdem sie aus dem Krieg Zurück kam Und völlig Traumatisiert Und mit psychischen Problemen belastet waren Ähm Aber ich find schon Mit dem zweiten Teil Ist es halt In diese 80's Trash Film Action Kategorie abgedriftet Ich find das war schon Der zweite Also Rambo 2 3 Kannst du dir noch angucken Aber Ich guck auch Drei noch sehr gerne Ich Ich mag ja Auch Trash Filme Aber Rambo 2 bis 5 Sind für mich Auf dem Niveau Von den Deathwish Filmen Was den Anspruch angeht Also Ja also Auf dem Deathwish Niveau Würde ich sagen Ab Teil 3 Aber Teil 2 War schon klar Äh Ja Dass sie die Essenz Von dem ersten Teil Überhaupt nicht verstanden haben Teil 2 ging schon In die Richtung Ab Teil 3 Was ist es Deathwish Irgendwas Ja Ja Das Einfach nur Rache Gewalt Porno Ja Ja Aber Deswegen hab ich auch Jetzt für die Für die letzten beiden Nicht mehr viel erwartet Nach dem dritten Also von daher Aber mit Rocky Hat er auch komplett recht Muss ich sagen Ja Da fand ich es sehr sehr schön Ja Wie sie da noch mal was gemacht haben Also ich fand Rocky Balboa schon Schon echt schön Eigentlich Auch wenn das kein Großartiger Film war oder so Aber das hat gepasst Er hat das Sehle zumindest Ja genau Und Creed Mochte ich tatsächlich auch Hat auch so ein paar Dumme Stellen drin Finde ich Aber Ich hatte Spaß mit dem Film Ja Jo Gut Ja Dann kommt Ach du Scheiße Ich hatte ja auch noch so viel geschrieben Ja Da war die Die letzte Kommunikation Ja Meine Güte Mach weiter Ähm Super Mario Super Mario 1 20.03 Aus dem Forum Tag Blue Hoof Company Aka Playteam So ich will mal Play 4 sagen Ja Erstens Frage an Chris Glaubst du nach Streets of Rage 4 Kommen solche Brawler Nochmal in Mode Und sehen wir dann Gegebenenfalls auch Eines Tages Ein Streets of Rage 5 Oder was mir persönlich Noch lieber wäre Ein Golden Axe 4 Ähm Ich glaube nicht Dass da Dass da ein großer Trend Nochmal mit losgetreten wird Mit dem Brawler Das glaube ich auch nicht Weil sie dafür Ähm Zu simpel sind In ihrer Mechanik Aber Ich kann mir gut vorstellen Dass Äh Dass es mit Mit gewissem Abstand Dazwischen Immer mal wieder Einen kleinen netten Brawler Geben wird Auf dem So aus dem Indie Bereich Ja War ja auch jetzt Vor Streets of Rage 4 Schon der Ja Ja klar Aber 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 Relativ selten Wenn Brawler Tatsächlich Dann waren das So So Billigproduktionen Wo auch so Der 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 E-Shop Überschwemmt mit ist Wenn du da mal durchgehst Ähm Äh Und Ja Streets of Rage 5 Run Golden Axe 4 Könnte ich mir tatsächlich vorstellen Wenn sich Streets of Rage 4 Gut verkauft Was es offenbar tut Und es kriegt ja auch Fast überall Äh Gute Wertung Es kommt bei den Leuten von damals Extrem gut an Äh Klar Warum sollte man das nicht fortsetzen Oder Ähm Hier Äh Dort MU Und Lizard Cube Sagen so Hey Äh Das ist gut angekommen Als nächstes Golden Axe Klar Warum nicht Kann ich mir beides tatsächlich vorstellen Ich will noch mal ein Final Fight haben Boah Ich muss sagen Ich fand Final Fight Nie so gut Sehr gemocht Die Reihe früher Ich hätte dann Lieber einen zweiten Teil von Alien vs. Predator Ist das indiziert? Ne Ne Nein Das war doch sogar Das war sogar bei diesem Capcom Home Arcade mit dabei Ja stimmt 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 Ja würde ich auch nehmen Das ist extrem gut Das ist ja das einzige Alien vs. Predator Spiel Was es gibt Ich sag da nix zu Alles was ich jetzt sagen könnte Könnte vor Gericht Gegen mich verwendet werden Ja Nicht nur da Äh Zweitens Boba Fett wurde für die zweite Staffel Von The Mandalorian bestätigt Was haltet ihr von der Ankündigung Freut ihr euch auf die Rückkehr Das berühmtesten Kopfgeldjäger Ist der Galaxis Oder ist es euch egal? Äh Wenn sie es cool machen Freue ich mich drauf Ja Aber jetzt so die 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 blanke Ankündigung Ja Ist mir relativ egal Weil ganz ehrlich Boba Fett ist jetzt auch nicht Äh Irgendwie Ein herausragender Charakter Oder sowas Den mochte man Halt weil er cool aussah Ja Also Ja Wenn man jetzt nicht irgendwie Sich Sehr durchs Extended Universe Gelesen hat Dann hat der halt nicht Wirklich viel Charakterisierung erfahren In den Filmen Von daher Hat er eine coole Rüstung an Also Ja Ja aber ich sag mal so Ähm The Mandalorian war Sehr kompetent In allem was es gemacht hat Die erste Staffel Und daher bin ich da Einfach mal optimistisch Dass das Äh Dass sie das relativ cool Inszenieren auch einfach Ja Drittens Die Gerüchte verdichten sich Um eine PS5 Enthüllung Am 4. Juni Mhm Langsam wird es ja auch mal Zeit Wenn man die Kundschaft Anheizen will Im Winter zahlreich Auf eine neue Konsole zu wechseln Oder was meint ihr Immerhin ist es nur noch Ein halbes Jahr Bis zum Weihnachtsgeschäft Vorausgesetzt jetzt einmal Die aktuelle Krise Wirkt sich wirklich nicht Auf den Zeitplan von Sony Ja Achso Du warst kurz weg Irgendwie War ich das? Ja Dann lese ich es Vorsichtshalber noch mal vor Er schreibt Immerhin ist es nur noch Ein halbes Jahr Bis zum Weihnachtsgeschäft Vorausgesetzt Die aktuelle Krise Wirkt sich wirklich nicht Auf den Zeitplan von Sony aus Wie es sich Sie es mehrfach beteuert haben Ja Ähm Ja Klar Ja Jein Also die Gerüchte Verdichteten sich auch Im Februar und im März Und es ist nichts passiert Ähm Ja Langsam wird es natürlich Zeit Dass sie mal was machen Ich würde mich jetzt aber Tatsächlich nicht Auf den 4. Juni festlegen Und dann enttäuscht sein Wenn es dann erst Zwei Wochen später ist Ja Ja Im Juni kommt Last of Us Ach im Juni ist Last of Us Ja Stimmt 17. Juli ist das dann Mhm Ah ok Vergiss was ich gesagt habe Dementsprechend wäre Anfang August sinniger Aber dann weiß ich halt wirklich nicht Ob es zu knapp ist Das ist halt schon wirklich spät Ja Ja Nein Dann vergiss was ich gesagt habe Wir werden schon wissen was sie machen Ja Hoffe ich Aber auf einen Termin sollte man sich nicht festlegen Ne Wir nehmen es wenn es kommt Gerüchte gab es schon öfter Also Ja Er schreibt außerdem noch dazu Zwar ist Sony hier nicht im Zugzwang Jedoch sollte man doch trotzdem Bei der bestehenden Kundschaft Und vor allem bei potenziellen Neukunden Langsam mal das Interesse für die neue Konsole schüren Ja Ich glaube das ist aber eh auch da Ne Ja denke ich auch Ja Mal abwarten Man kann wirklich wenig dazu sagen Es ist wenigstens mal schön Dass sie jetzt Äh Wieder ihren State of Play Gedanken aufgenommen haben Ja Um da dieses Special von Ghost of Tsushima zu zeigen Ich denke mal jetzt Die mussten sich erstmal auch neu sortieren Wie sie mit der Krise umgehen Und mit ihren Release Verschiebungen und sowas Ja Und jetzt wird dann so langsam Eine klare Linie erkennbar sein Wann sie was wie präsentieren Viertens von Super Mario Ich muss jetzt nachgucken Äh Ergänzend zu Frage 3 Microsoft hat sich mit seiner kürzlichen Präsentation Von Spielen für die Series X Nicht gerade mit Ruhm bekleckert Wenn man sich die Reaktionen im Netz einmal anschaut Sony hier jetzt eine Präsentation Mit Exklusivspielen füllt Die von der Hardware Power der neuen Generation Richtig Gebrauch machen Könnten sie vom Start weg Wieder an Microsoft vorbeiziehen Oder was denkt ihr da drüber? Also Ich sag mal so Wenn wir das Das Rennen mit den neuen Konsolen Jetzt mal vergleichen Einfach mit so Dieser Dieser Startzielgraden Bei der Formel 1 Ja Da steht Sony Sowieso einige Plätze Vor Microsoft Gerade Im öffentlichen Ansehen Ja Würde ich mal behaupten Also Sie sind schon der klare Favorit Ja Momentan Microsoft braucht Braucht neue Ideen Und muss versuchen Auch andere Kundschaften zu erschließen Um zu Sony aufzuschließen Was sie ja vermutlich mit der Series X Machen wollen Indem sie da verschiedene Modelle Dann Wahrscheinlich Noch präsentieren Ja Ich weiß nicht Was ich davon halte Zu übrigens machen Ich auch nicht Aber ich glaube Ich glaube Der Grundgedanke bei ihnen Wir müssen was anders machen Als Sony Und nicht klassisch Konsolengeschäft So ein kleiner Minicomputer Ja Der ist an sich Wahrscheinlich nicht schlecht Denn Ihnen sind jetzt In dieser Konsolengeneration Wirklich massiv Die Fälle davon geschwommen Ja Ja Wobei hast du schon das Hast du das mitbekommen Mit den 60 Frames Auf Xbox Series X Dass die wahrscheinlich Nicht geben soll Ja Da halt es dann auch Da denke ich mir dann auch wieder Ja gut Dann Wofür Naja Für die geilen Exklusivspiele Die dann auch Auf dem PC erscheinen Ja Ja Also Da muss ich halt auch sagen Wenn es dann eher Auf dem PC erscheint Dann Wäre ich eher gewillt Nochmal Einen neuen PC Mir anzuschaffen Um dann Das neue Hellblade Spielen zu können Oder so Eben Ich habe ja auch gerade Einen relativ neuen PC Deswegen Jetzt gerade Weiß ich noch nicht Was Microsoft Zeigen Sagen Tun Möchte Dass ich mir Neben der PS5 Auch noch eine Xbox hole Aktuell sehe ich das nicht Ich wüsste nicht wofür Ne ich auch nicht Und ich denke Es ist vermessen zu sagen Wir kriegen die Leute Von Playstation Zu uns Die wissen glaube ich Ganz genau Sie müssen was anderes Anbieten Weil es gibt So ziemlich Keinen Grund Um mit der PS4 Unzufrieden zu sein Und sagt Oh bei der nächsten Generation Wechsle ich aber Ja Eigentlich nicht Du hast Wirklich ein riesiges Spieleangebot Geile Exclusives Das PSN ist halt Scheiße Aber sonst Ach ich finde Also ich Scheiß langsam Aber es geht Also Ja es war auch schon mal Schlimmer Klar Ja klar PS3 Heidewitzker Ja Der war katastrophal Ich finde den Store Von Microsoft Oder bei Xbox Auch nicht geil Der ist auch nicht besser Aber da ist bei beiden Noch am ehesten Verbesserungspotenzial Auch Was die Überfläche angeht Der Lüfter Wie heiß die Konsole wird Dass sie halt nicht Nicht rum Bläht Wie Staubsauger Ja Naja Abwarten Gut Fünftens Von Super Mario Final Fantasy 7 Remake Ist ein mehr als gelungenes Remake geworden Und hat den nunmehr 23 Jahre lang 23 Jahre alten Klassiker Hervorragend modernisiert Nach dem in der Fangemeinschaft Eher zu recht Ungeliebten Unbeliebten Final Fantasy 15 Scheint Square die Serie Ja wieder auf Kurs Zu bringen Jedoch macht es mir Etwas Sorge Dass es scheinbar Immer noch Keinen Fahrplan gibt Wie es mit Final Fantasy 7 Weitergehen soll Und wann wir In etwa Mit Episode 2 Rechnen können Wenn das in dem Tempo Weitergeht Sehen wir hier erst 2030 oder noch später Das Ende der Final Fantasy 7 Geschehen Grafisch war Final Fantasy 7 Remake Zwar auch beeindruckend Aber in ein bis zwei Jahren haut das auch Keinen mehr vom Hocker Speziell da wir dann Voraussichtlich primär Nur noch auf den Next Gen Konsolen Unterwegs sein werden Wird Square hier Gegebenenfalls sogar Inhalte aus dem Originalspiel Streichen Um alles in absehbarer Zeit Sagen wir mal Binnen der nächsten Vier Jahre Fertig zu stellen Oder endet Final Fantasy 7 Remake als zu Ambitioniertes Projekt A la Shenmue Seiner Zeit Wo wir niemals Das Ende sehen werden Das weiß niemand So recht genau Ich Frag mich auch Wie sie das alles Innerhalb der nächsten Vier Jahre Hinkriegen wollen Ich frag mich das auch So ein bisschen Mit den Spielständen Denn ich denke mal Final Fantasy 7 Wird dann irgendwann Auf der PS5 Halt auch fortgesetzt Der nächste Teil Wird schon auf der PS5 kommen Funktioniert das Da mit den Spielständen Oder wird das Einfach Gewürfelt Beim Spielstart Keine Ahnung Deshalb irgendwie Dieses Episode 1 Von Final Fantasy Das kann ja cool sein Aber Im Kontext betrachtet Wie das ganze Spiel Zusammengeführt werden soll Ich hab jetzt Das Remake noch nicht Gespielt War das so ein bisschen Katze im Sack Hast du da tatsächlich So viele Entscheidungen Das weiß ich nicht Oder geht das nur Charakterwerte Auch deine Charakterwerte Die willst du ja Mitnehmen eigentlich Oder Also warum machst Du es sonst Gilt es in eine Bestimmte Richtung Oder so Ja Vielleicht kann man das Ja beim Spielstart Festlegen Keine Ahnung Ja aber auch irgendwie So halbgeil Ja schon Also deshalb Also irgendwie Da da noch kein Fahrplan erkennbar war Wie ja schon Sagt Hatte eben Dieser erste Teil Wirklich so ein bisschen Was von Katze im Sack Wir wissen nicht Worauf wir uns einlassen Wir vertrauen euch Jetzt einfach mal Und hoffen auf das Beste Ja gut Wo man natürlich sagen muss Das Ding ist vom Umfang Umverhang her Vom Umfang her Ja auch schon mal Ein komplettes Spiel Ja die Story Ist jetzt noch nicht durch Ja Aber Katze im Sack In dem Sinne Dass man Ein halbes Spiel kauft Ist es hier nur auch nicht Naja Du kaufst ne was Fünftel Story Du kaufst ne Fünftel Story Aber ein ganzes Spiel Von einer Geschichte Die man schon kennt Aber ein ganzes Spiel Ich weiß nicht Ja ich hab keine Ahnung Ich weiß es auch nicht Abwarten Müssen wir auch Und zu seiner Shenmue Anspielung Sage ich nichts Sonst Sonst ist YouTube Wieder ganz ganz böse Auf mich Und es gibt nichts Schlimmeres für mich Ja Kackspiel So Shenmue Wohl eher Shenmue Ach ja Äh Boah Ja Meine Güte Sind wir jetzt schon lange online Ja Fast zweieinhalb Stunden Ja jetzt ist auch mal Schluss Dann jetzt Schluss Jawohl Chef Aus Ne Äh Schick mir noch deine Songs Hab ich schon längst Hast du schon Das ist ja lieb Jetzt muss ich mich nur noch dran erinnern Was ich draufgepackt habe Das kann ich dir nicht sagen Haben wir tatsächlich acht Songs Heute draufgepackt Ja Meine Fresse Das würden andere als komplettes Album Vermarkten Ja Wir hauen das einfach so Auf unsere debil und durstig Playlist Bei Spotify Ja weil wir sind cool Ja das ist Da muss man doch direkt Äh äh Abonnieren klicken Und sich das anhören Mindestens Das sollte man tun Ja Und drückt auch noch auf unsere Glocken Bei YouTube zum Beispiel Ja Und natürlich werden wir euch Grey's and Picks schicken Ja Oh Nein keine Sorge Äh Ihr bekommt keine Bilder von uns Auch nicht von meinem Bart Weil euch das irgendwie tangiert Äh Dummes Geschwätz Äh Bekommt ihr immer Jederzeit von uns Äh Zumindest alle zwei Wochen Äh Aber das reicht dann auch So Sascha Möchtest du noch irgendwie Oma Hilde oder so grüßen? Nö 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 Hat sie nicht verdient, ne? Alte Spinatwachtel Ich kenn keine Hilde Ja Und wie heißen deine Omas denn? Äh Die, die, die noch lebt, heißt Martel 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 Ja Deswegen Schöngrüß an Oma Ist aber auch Ein ungewöhnlicher Name Ein sehr alter Name halt Hab ich noch nie gehört Aber gut Äh, ja Ich brauch kein Grüße Bei mir in der Familie Sind alle tot Äh, deshalb Äh Würde ich mal sagen Äh Machen wir Schluss für heute Ja Tschüss, ne? Nö Tschüss Tschüss